Michelle unterstrich 7b7 sagt Holger Neidhardt sagt Huhu Oh Michelle-7b7 Sagt Huhuhu Holger Neidhart Huhuhu Holger Neidhart Huhuhu Holger Neidhart Huhuhu Holger Neidhart Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hatte jetzt eine ganze Zeit lang keinen Ohrschmuck in irgendeiner Form getragen Ich stehe nochmal total auf Kreolen, was halt mit Headset blöd ist und ich habe jetzt ganz ganz lange nichts mehr drin gehabt und jetzt beim Reinmachen von den Ohrsteckern, ich dachte, wir mussten mal wieder reinmachen, habe ich gemerkt, ja, das eine Ohrloch, das war schon ganz leicht so ein bisschen schwierig, das reinzudrücken, hat ein bisschen gezwickt, ich glaube, war nicht so gut so lange nichts zu tragen, war nicht so gut so lange nichts zu tragen, so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich würde meine Ohrlöcher doch schon gern behalten, aber Ja, hab dann gedacht, jetzt muss der doch mal wieder irgendwas da rein dödeln So Wir machen einfach Unsere kleine, unsere kleine, aber feine Marblesrunde Und lassen die Minute Timer laufen Und wenn noch jemand joinen möchte Mit Ausrufezeichen Clay Steht ja auch hier oben Jemand joint Dann kann ja noch jemand dazukommen So Ich warte immer noch auf die automatische Nachricht Zu Guck mal, es geht schon los Crazy Crazy Und Marie und so hat so eine weit vorne Startposition Wir fahren mal ein Stück mit Holger mit Und gucken uns mal hier das Debakel an In unserer kleinen Mini-Runde 6080 Sagt Heho, bin erst angekommen, Möhau Gar kein Problem, ich habe einen Mini-Cup gemacht Im zweiten Rennen kannst du gleich mitmachen Es werden fünf Rennen insgesamt Gar kein Problem Michelle-7b7 Und Hallo Tiger Sagt HuhuTiger6880 Holger Neidhart Sagt Nennst du jetzt das Spiel Debakel oder mich Hüstel Beides, Holger, beides Beides Oh, das ist super lieb von dir Aaaaaah Natürlich Jetzt brauche ich meine Mod-Ansicht Moment Holger Neidhart Sagt Schade, dass du so weit weg bist Ich glaube, ich muss mich dringend mit deinem Mann verbünden Ja, bestimmt Moment, ich muss gerade mal in meine Mod-Ansicht So Ähm Nein, das ist super lieb von mir Die Karte sind die Karte und die Karte. so dann haben wir den auch raus so und Holger hat nebenbei gewonnen richtig, Account heute erst erstellt das hatte ich ja einmal bei Tomb Raider auch schon da hat sich einer auch dementsprechend benannt nur damit der Benutzername gezeigt wird was hast du nicht mitbekommen? wie du gewonnen hast oder was gerade passiert ist? ja genau das ist gar nicht mehr das Thema den habe ich jetzt ja Holger hat gewonnen ja der ist auf der 1 Marie auf der 2 meine Wurmel auf der 3 und Michelle auf der 4 so aber was da gerade eben passiert ist wollen wir gar nicht weiter thematisieren hat sich erledigt dann gehen wir einfach zur nächsten Map und dann könnt ihr joinen mit Ausrufezeichen Play in den Chat zu mitmachen mit der 1 könnt ihr euch noch hier die Mad Cow oder mit der 2 das Marble Fest äh 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 Marble Fest Skin anziehen so albert Zungenbrecher so Holger Neidhart sagt ich hab echt sonst nix mitbekommen Max hat gebellt und Mattiob welcome Mattiob how are you? are you fine? ah hm 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 ein Moment dann scheune ich dann haben wir noch eine minute zeit bis zum start und jo wer noch freuen möchte kann das tun mit ausrufezeichen play holger neidhardt sagt heimard job ist ja schon drin mit job ist in ja 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 dann laufen jetzt die letzten sekunden strich 7w7 sagt marion so sagt mario b holger neidhardt und letzte chance tiger 68 80 vorbei los geht's meine murmel rennt einfach vorne weg das ist ja frech und alle hinterher alle hinterher alle auf einer bahn man hätte auch noch eine andere richtung nehmen können marion so sagt tiger 68 80 so so schön im kringel ringel und dann geht es hier weiter müsste die maus ohne kabelbar benutzen wenn ich hier marbles spiele und hier die kringelchen mit laufe und da hat sich tiger nach vorne geschoben direkt hinten dran michelle das ist gut ich habe übrigens bahn rausgesucht wo nach möglichkeit keiner raus fliegt also wir haben elimination rate ist null prozent und tiger 68 80 sagt so schnell mal umgezogen haare gewaschen wo an alle ich glaube es war ein hubu kein hubu aber hubu ist auch cool hubu 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 tiger jetzt auf einem guten 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 weg sehr schön im michelle unterstrich 7b 7 sagt ist nur mein boot süßie ellis wegen oberleid ich war jetzt gerade echt schon wieder so am identitätsdiebstahl ding oder so solche sachen gibt es ja okay dann marie und so sagt tiger auf der 1 tiger 68 80 michelle auf der 2 meine murmel auf der 3 olga auf der 4 mit job left place marie und so ist nummer 6 und wir machen die nächste map holger neidhardt sagt und dann können wir schon mit ausrufe zeichen play 60 80 scheinen tiger 68 80 sagt bin aber auch gleich lürg weil betreue heute kommt heul voll vergessen dass heute donnerstag ist heul wir machen auch nur die fünf bahn die 7b 7 sagt und der name ist nur eins nach oben gewandert ja der name ist nur eins nach oben gewandert ich weiß aber ich kann wenn es für dich angenehmer ist weil mich stört das jetzt nicht aber ich kann das machen oder moment da müsste ich da müsste ich das hier mal ganz kurz aus dem overlay raus basteln ein moment ne das war es nicht ups das war die falsche taste am mikrofon vorbeischielen ein moment so so dann schiebe ich das wieder hier rein gut jetzt ist der name abgeschnitten warte mal ein stück noch so jetzt passt jetzt passt okidoki dann haben wir das ja normalerweise werden da noch die zwei letzten positionen auch angezeigt dann oben drüber ich habe mein licht vergessen unterstrich 7b 7 sagt war nur so für die allgemeinheit eine idee das war eine verdammt gute idee vielen dank vielen dank vielen dank ich habe auch nicht daran gedacht dass das an der ecke drin ist weil ich sehe das zwar hier aber das ist halt sehr klein weil mein obs sehr voll gequetscht ist ich muss mal in einer minute starten und ich muss mal gucken dass ich mir so ein monitor halter besorgt dass ich den dritten monitor hier oben habe dann kann ich mir die anordnung ein bisschen besser anpassen das wäre ganz gut dass ich dann den das was der stream sieht quasi sehe das wäre cool weil so wie es jetzt angeordnet ist komme ich sonst nicht klar mit der anordnung dann verpasse ich wieder die hälfte was auch so schon passiert aber dann verpasse ich noch mehr nicht gut so wir können noch join mit ausrufezeichen und play explanation mark play und dann geht es gleich los letzte chance last change wenn ich versuche englisch auszusprechen ist vorbei ist eh vorbei es geht los und wir machen hier einen kleinen spaziergang mit job nice picture da ist er die discord nachricht mein humor ach ja kennt ihr noch diese ganzen ganze ich weiß nicht die gibt es ja zwischendrin immer noch oder die facebook facebook die whatsapp gruppen werbung sagt jetzt bräuchte ich harley's die grünen seufz das ist eine sehr sehr bequeme bahn es gab doch auf youtube immer mal als werbung geschaltet diese videos komm in die whatsapp gruppe bla 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 diese schneeball system madio b sagt madio b sagt bei se w ets not me on se pictore etsa verniegifrems wiedern just a random guy okay it's okay but why didn't you use a picture from you maybe holger nightheart sagt das englisch hört sich an wie bei mir als ich anfing das zu lernen musste eben lautlos lachen madio b sagt der atom die atomstimme aber mein englisch ist halt auch finde ich sehr für die tonne und sobald ich aufgeregt bin also umso mehr ich aufgeregt bin umso schlechter wird mein englisch und wenn ich irgendwie so in angstpanik komme dann ist mein englisch komplett nicht brauchbar ähm madio place won you won this race gg madio b yay holger auf der 2 michelle auf der 3 tiger auf der 4 und marie auf der 5 mich und ich hab meine murmel vergessen sieben ich hab vergessen zu joinen yay marie marie holger nightheart sagt wenn du angst oder panik hast reicht doch ein einziges marie und so marie und so mario b ok ausrufezeichen play in den chat zum joinen explanation mark play to join und jetzt vergesse ich mal meine murmel nicht das wäre ganz gut ah schau schön die ganzen herzchen die steuerung falsche taste ich lasse es mal so das ist mir zu bunt die strecke ist sehr sehr bunt sehr schön mit den ganzen herzchen aber auch sehr sehr bunt ok colorful splashing see ok colorful splashing ok dann starte ich den countdown auf eine minute eine minute bis zum start in der zwischenzeit mache ich mir mal hier mein wasserglas voll und bringt mal einen schluck und ich muss es ist so dunkel hier die ganze zeit ich wundere mich die ganze zeit hier michelle unterstrich 7w7 sagt bunt ist doch schön ja bunt ist schön aber nicht bei den farbeinstellungen die ich auf dem monitor hier habe also ich habe ja hier drei verschiedene monitore und der der hier in der mitte steht hat so etwas kräftigere farben eingestellt weil ich den zum zocken benutze und das ist ein bisschen krass wir machen mal das licht hier an so ha großartig und dann geht es auch schon los wer rollt denn da vorne weg na holger und tiger sind ziemlich gleich vorne gewesen aber tiger kann sich die führung halten für den anfang holger ist da sehr sehr hinten dran am drängeln und will irgendwie vorbei und stupst auch tiger ab und zu mal ein bisschen an so in den kurven aber wir wandern jetzt richtig schön im gänsemarsch ja moin holger schubst wieder holger schubst kleine mädchen kleine jungs kleine kinder nein nur kleine menschen holger schubst kleine menschen ich weiß nicht wie es wie es fein ist für dich tiger ich bleib bei kleinen menschen jetzt kann sich es aber auch ändern hier in diesem aufstieg da will holger unbedingt vorbei aber tiger sagt nein du hast mich jetzt so oft geschubst das lasse ich nicht zu geh weg tiger 68 80 sagt immer auf die kleinen jungen xd mail böses tag tag tiger 68 80 sagt den s a den sr den sr den sr okay tiger hat den ersten platz verteidigt bis zum schluss und hat sich damit auch den ersten platz wohl verdient holger auf der 2 michelle auf der 3 matt job auf der 4 4th place meine murmel ist auf der 5 tiger 68 80 und marie auferwechs sagt yeah i michelle unterstrich 7b7 sagt tiger 68 gg tiger marie und so sagt tiger 68 80 und die letzte bahn von unserem kleinen mini cup mit ausrufezeichen play sagt verteidigt nach der schluss kriegt tiger einen strafzettel quatsch explanation mag play to join 60 80 sagt xd matt job i miss you und jetzt eine minute wenn noch jemand mitmachen möchte ausrufezeichen play explanation mag play to join radio b im hier wir haben noch 20 sekunden zum joinen explanation mag play ausrufezeichen play letzte chance und vorbei und vorbei so da rollen wir alle und rollen in den trichter wer schafft es als erstes durch den trichter manchmal sind auch die die hinten ein bisschen mehr schwung hatten als erstes durch da sage ich ja michelle hat es ganz gut geschafft durchzukommen durch den trichter ich will ich will nicht zu meiner murmel gewägt michelle sehr schön gefolgt von holger dann kommt medjob direkt hinten dran holger wird bedrängt der rest hinten mit ein bisschen mehr abstand voneinander und die rollern gemütlich erstmal die bahn herab weil es gibt hier jetzt keine großen hindernisse aktuell aber die kurven sind sehr steil die bremsen immer ein bisschen aus da könnte es sein dass die die weiter hinten sind immer noch mal so ein ticken aufholen dass man sich immer mal so ein bisschen behindert auf der strecke aber ist eigentlich eine sehr gechillte bahn ohne groß hindernisse crazy track map ok das ist eine gemütliche wir rollen herab waren das ist so zurücklehnen und entspannen da ist die platzierung sogar schon fast vorgegeben ganz gemütlich wer als erstes gut durch den trichter kommt hat hier halt wirklich den sieg schon fast in der tasche ist bei manchen waren echt ein bisschen langweilig gemacht aber ich habe mir den map editor mal angeguckt und er ist halt echt echt schwierig zu steuern die die das machen großer respekt die den map editor benutzen und welche strecken hey solche strecken bauen richtig richtig krasse nummer teilweise ja die ein oder andere person aus dem chat hat ja schon gelesen ich hatte heute heute mittag ein telefonat das war unterste kanone ich habe bei einem vermittlungsvorschlag vom job sender angerufen und habe dann gesagt ja ihr sucht staplerfahrer ich bin gelernt und so weiter das interessiert mich nicht wir brauchen erstmal bewerbungsunterlagen am telefon machen wir gar nichts sag ich ich wollte doch nur mal nach erstmal nach kondition fragen ob das überhaupt das richtige für mich ist ja dann dann müssen wir erstmal in ihre unterlagen gucken ob sie überhaupt was können wenn sie nichts können brauchen wir sie nicht kommen sie am montag vorbei du glaubst doch wohl nicht allen ernst ist dass ich am montag zudem gehe ein tonfall am telefon katastrophe also habe ich so auch noch nie erlebt michelle auf der eins folge auf der zwei matt job auf der drei teige auf der vier marie auf der fünf top sagt und ellis und chat willkommen sarah und so sagt michelle 7w7 und dann haben wir unsere drei besten murmler in unserem kleinen karte strich 7w7 sagt hu hu volev dorgo sarah marie und so sagt hallo volev dorgo sarah holger neidhaar ich finde das schön hallo volev dorgo sarah finde das schön wie man sich hier so gegenseitig immer begrüßt und ach es ist schön das ist wieder was das macht mein meine kleine pumpe glücklich platz drei michelle unterstrich 7w7 hat marie und so danke schön zwei tiger 68 80 sagt tiger auf der drei von unserem kleinen mini grand prix eine bahn später dazu gekommen und trotzdem noch den dritten platz geholt olga auf der zwei sehr sehr gut und auf platz eins und verdient natürlich platz eins ist michelle tg sehr schön so genießt euren moment marie und so sagt michelle 7w7 auf der auf der auf der eins michelle auf der zwei holger auf der drei tiger und dann haben wir den vierten platz der 4th place matt job der fünfte ist meine murmel und auf der sechsten platzierung marie so dann kann ich dich hier rausnehmen und das hier erstmal beenden und das hier starten marie und so sagt ja das war jetzt bei dem ähm bei dem grand prix vielleicht auch gar nicht so schwer aber immerhin top 10 so dann haben wir das geändert haaa juhu muss noch mal eine kamera wieder verschieben ne vielleicht mal für marbles eine eigene szene erstellen dass ich die kamera für marbles äh für marbles die kamera hier unten hab und für das andere spiel hier oben eine eigene kamera einbauen oder so mal gucken irgendwie sowas so die musik ist aus das ist schön wenn weniger als 10 leute mitmachen oder 10 leute maximal dann ist man immer in den top 10 wenn ich ähm so viele leute hätte dann würde ich auch bei den murmelrunden aussetzen damit meine murmel nicht jedes mal vorne ist so ist es natürlich besser wenn mehr murmel da sind umso besser aber ja gut gehen auf spiel und wir hatten am anfang vom kolosseum aufgehört und jetzt muss ich erstmal gucken die steuerung das war springen das war aktion und wir sind jetzt im kolosseum warte das war gehen ja das war die gentaste okay das war waffe ziehen so das war mir ein jumboblisir okay und dann springen wir ins wasser michelle unterstrich 7b7 sagt muss ich jetzt erstmal ein kaffee ins gesicht schütten in den mund gießen ist besser langsam in den mund gießen je nach temperatur ist ins gesicht schütten vielleicht nicht ganz so optimal ui die haben mich aber ganz schön schnell weggefressen ne gut wir wissen an dieser stelle muss ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein wo lefter gusara sagt oder als dusche so irgendwo gab es hier ein kroki ein krokodil eine krokodile krokodile tot krokodile tot so und dann springe ich ins wasser das sah sehr elegant aus mit dem gesicht voran gegen die wand ich kann die ja mal testen ich kann die ja mal testen so 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 einen Testbericht gelesen zu dem Spiel und da hat da hat der, der den Testbericht geschrieben hat. You are awesome. So. In dem Testbericht stand drin, dass dem auch die Remastered-Optik oft sehr viel zu dunkel geraten ist. Okay. Okidoki, Tiger. Vielen Dank für deinen Lurk-Support. Sagt. Mario B. Da komme ich nicht hoch. Okay. Mhm. Hab ich mich wieder erschrocken, ey. Ich häng' in der Wand fest. Also an der Wand. Entschuldigung. Panik. 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 Toll. Kennst du das Weg? Kennst du das Weg? Kennst du das Buch? Der Weg war umsonst. Hm. Hm. Äh. Danke für den Lurk-Support, Sarah. Hm. Marie und so. Sagt. Ist auch ein bisschen wild so nah, Kampf mit Pistolen? Ja, ist ein bisschen wild, aber... Wenn man die... Also genau in dem Moment haben beide Synapsen ausgesetzt. Und ich hab den Kampf einfach nicht mehr auf Kette gekriegt. Ah, ich muss noch weiter nach oben kommen, oder? Guck mal. Moment, ich versuch das nochmal. An der Ecke hier nach oben war ja schon ganz gut, glaub ich. Hm. Und jetzt kann ich doch über den Block da hoch, oder? So noch eine Etage weiter. Schoki-Doki-Holga. See you later, Alligator. Gibt's da hinten in der Ecke was? Nö. Marie und so. Sagt. Viel Spaß, Holger Neidhardt. Und danke für deinen Lurk-Support. Wer hat die falsche Taste zum Springen gedrückt? Natürlich ich. It's the wrong button to jump. Michelle-7b7. Sagt. Bis später, Holger Neidhardt. Lara. Wih! Wih거든요. Ich habe das nur gehört und bin gleich in Panik verfallen Das sind übrigens sogenannte Motorradkrokodile Wer kennt sie nicht? Gegner bei Doom Raider immer aus sicherer Entfernung kaputt machen Dann kann man sich komplett safe das Medikit holen Und ich schaffe den Sprung darüber? Echt? Das sieht so weit aus Also für meine Optik sieht der Sprung in der Original Grafik einfach nicht so weit aus wie in der Remastered Weil ich viel mehr Pixel sehe Lustig Weil es tatsächlich ein Block zu viel ne? Okay Suchen wir einen anderen Weg Ich habe ja gerade mit Anlauf Das schien jetzt nicht korrekt zu sein Ja, das ist auch nicht richtig Und das war gar nicht richtig Dumm, die dumm, die dumm Sprinten hat Lara auch erst in späteren Teilen gelernt Gut Hopp 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 Auf jeden Fall ist es hier sehr, sehr windig. So viel können wir schon mal festhalten. Und Sprünge mit Anlauf immer erst bis zur Kante gehen. Zurück. Springen. Weil Lara immer genau einen Block Anlauf nimmt, bevor sie springt, wenn man sprintet. Was halt auch total dumm ist. Aber egal. Wo komme ich denn jetzt da rüber? Nein, das ist es auch nicht. Also ich würde ganz gerne da oben. Man sieht es so gar nicht, ne? Hm. Warte, ich gucke von drüben, wenn ich wieder hochgeklettert bin, dann gucke ich da noch mal hin. Ähm. Da ist nämlich auch noch ein Loch in der Wand. Durchüber, dass ich vielleicht, vielleicht weiterkomme. Hat halt damals tatsächlich nur um St. Francis Folly zu spielen, einen Spielstand auf der Playstation. Und wenn ich das gespielt habe, das Level, dann habe ich den Spielstand geladen und habe es nochmal gespielt. Und nochmal, wenn ich Bock hatte. Und das ist das Level, was danach kam und viel weiter habe ich Tomb Raider 1 meistens nicht gespielt. Ich glaube, ich habe es insgesamt, habe ich dieses Spiel hier zweimal durchgespielt im Original. Ansonsten gab es bei mir nur Anniversary, wenn ich es gespielt habe. So, wir gucken mal. Im Original sieht es so aus. Hm. Wie könnte man denn... Da ist die Slope. Da ist die Slope. Von der dürfte ich nicht rutschen. Von der rutsche ich runter. Da rutsche ich runter. Hm. 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 Man sollte sich vielleicht auch die Wände angucken. Ja. Ja, 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 ja. Wer kennt es nicht? Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich glaube, hier kann ich hoch, ne? Hoch? Ich kann einfach nur hier rüber. Okay. Okay, da kann ich nicht nach oben. Nicht da runter laufen. Ein paar Schritte mit der Panzersteuerung, dann geht es wieder. So. Jo, ich würde sagen... Ich bin drin. Cool, cool, cool. Das ist doch der richtige Moment, um mal zu speichern. Also, bitte muss ich dir hier... Wir abonnieren. quäl. Okay, dann geht's mort. Und wir kommen werden wieder. Ja. Okay, jetzt lang. Okay, jetzt gehen wir nach obenrum. Oh nein, ich bin runtergesprungen. Bist du jetzt weg? An den habe ich gar nicht mehr gedacht. Ich habe gestern angekündigt, ja, auf den treffen wir sowieso nochmal. Und woran habe ich jetzt nicht gedacht? Hm, hm, hm. Mein Wissen eilt meinen Talenten voraus. Oh, da habe ich jetzt gerade noch nicht mal so viel Damage gekriegt. Großartig. Also wer das in Originaloptik durchspielt, muss halt echt die Nostalgie dafür spüren. Sonst bist du halt echt raus, weil die Framerate halt total Gülle ist. Aber ich finde es gut, dass sie das ansonsten im Original belassen haben, so gut es geht. Nur so kleine Fehlerchen. Dass man vielleicht irgendwo in die Wand reinklippt oder so. Oh, das hätte man beheben können, finde ich. Na, 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 na. Na, na, na. Es war so gut, bis ich gestorben bin. Okay, wir denken diesmal direkt an Pierre. Da ist er. Guck, da kommt er angerannt. Hallo Pierre. Kriege dich. Du Luftpumpe. Und da ist er weg. Einfach despawn. Schokili-dokili. Schokili. Dann können wir ja gleich mal die Ränge hier absuchen. Wenn ich jetzt gerade schon mal hier oben bin. Bist du? Da. Okay. Hatten wir das nicht mit dem Dunkel im Remaster? Auch im Remaster sind mir einige Räume zu dunkel geraten. Ich meine klar, hier haben wir einen Himmel. Aber was ist das? Mana Bercen. Sagt. Hallo. Mana Bercen. Hallo Mana. Liebes. Was ist das denn? Ich hab das echt nicht mehr so im Sinn, dass das da hinten dann in die Ferne so dunkel wurde. Dass der Himmel schwarz geblieben ist? Ja, aber... Mana Bercen. Sagt. Hast du das mit 3D-Effekts gesehen? Ach ja, genau. Michelle unterstrich 7B7. Sagt. Huhu Mana Bercen. Moment. Mana Bercen. Sagt. Ehe ich meine gemacht. Warte, ich mach das gerade mal hier. Äh. Wie war das doch gleich? Moment. Moment. Er hat sich gerade geweigert, das zu öffnen. Moment. Aktiviere mit F3 den Foto-Modus. Mit F1 zur alten Grafik haben wir ja... Also wir haben ja schon die alte Grafik aktiv. Hm. Und F12. Mach ich einen Screenshot. Danke, Steam. Dank Steam mach ich an der Stelle einen Screenshot. Mana Bercen. Sagt. Da machst du Screenshot ja. Mana Bercen. Sagt. LUL. Gut. Vielleicht müssen wir das mal später ausprobieren, wenn ich die Screenshot-Geschichte bei Steam ausgemacht hab. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Okay. Das war dann wohl nicht ganz so erfolgreich. Mana Bercen. Mana Bercen. Sagt. Ja, oder in den Kommentaren vom Beitrag lesen. Ich gucke mal, ob was dazu steht. Okay. Ich meine, wenn es nicht geht, ist nicht schlimm. Ich spiele ja sowieso in der Remaster-Optik und gucke ab und zu mal, wie es im Original ausgesehen hat. Aber okay. So, dann gucken wir nochmal hier hoch. Oh, großartig. Mein Controller hat gerade die Verbindung verloren. Moment. Jetzt. Der hat gerade spontan gedacht, er müsste sich neu verbinden. Großartig. Großartig. Das ist doch noch eine. Ich seh dich doch. Da. Okay, das scheint ein Ausgang zu sein. Dann schauen wir mal. Dass ich die von hier oben wegschieße. Hey, Kling. Versteck's dich einfach, wenn ich dich aus sicherem Abstand erschieße. Marie und so sagt Hallo Wo ist denn das Äffchen gestorben? Da war ja noch ein Tier Ja moin Das sah nicht nach einem Äffchen aus Irgendwo war auch ein Äffchen Normalerweise ist es ein Äffchen und zwei Löwen Und jetzt habe ich da einen dritten Löwen Erlegt Habe ich da was zu früh getriggert? Oh Mann Das ist nicht gut Ich muss viel mehr speichern Das ist was Das haben die hier vergessen Beim Remaster Ich habe schon geguckt Eine Schnellspeichertaste Oh Jetzt aber Mann Jetzt muss ich ja nochmal den Pierre platt machen Lästig Manabertschen Sagt Also im Video klappt das auch mit Screenshot Da macht auch jemand einen Screenshot Und dann sind die Texturen weicher danach Hm Okay Okay Mannabertschen Sagt Mal ne Wand angucken Und dann VLLT Unterschied erkennen Mannabertschen Sagt Weil dann sind die Pixel nicht so pixelig Guck da ist ein Äffchen Da ist ein Äffchen So ein So ein Klozilla Und zwei Löwen Löwe Kennst du den Löwe Hört sich auch nicht nach Löwe an Der Godzilla Äh Gorilla Marie und so Sagt Ein Äffchen aber kein Pferd Ja So das war jetzt eins Löwe Und eins Äffchen Ist das zweite Löwe Ich sollte die Gelegenheit nutzen um jetzt zu speichern So Dann klappt es auch mit den Nachbarn Sagt Manabertschen Sagt Sagt LOL Du sagst speichern Und in dem Moment bleibt das Bild einfach bei mir stehen WTF Nein Warum Ich hab geladen Wird doch speichern Oh ist das so dumm Merenda Merenda Sagt Sagt Uhu Alice und Lara Michelle Unterstrich Hallo Merenda Sagt Klassiker Willkommen Willkommen Marie und so Sagt Hallo Merenda V Michelle Unterstrich Sieben Sagt Uhu Merenda V Einmal dies Und einmal das Oh ich hab nur noch drei Schuss da drauf gehabt Ne Aber ist egal Merenda Merenda Unterstrich V Sagt Wie sie so schön im Dreieck springt Und man kann ganz schnell immer zwischen den zwei Grafikstilen hin und her wechseln Ich muss noch aufpassen, dass ich nicht wieder in die Grube reinhopse Merenda Unterstrich V Sagt Wie sieht denn der andere Stil aus? Du hast einmal hier die Remaster-Optik, ne? Wenn die jetzt die Wand... Sagt Oh krass, gerade gesehen, dass jemand bei ETSI die Emotes von Kainwaff verkauft Loll Und das ist halt original von 96 die Optik Und die Remaster-Optik Und in der Remaster-Optik sieht man ganz viele kleine Pille-Männer Ich glaub das ist nicht so twitchfreundlich, glaub ich Ups Das ist ja ne Detailtiefe Na dann Okay Aber ich stehe ja jetzt an der Textur Ne, jetzt kann ich ja nochmal versuchen Aber es macht nur ein Screenshot Und weniger pixelig wird es dadurch nicht Okay Okay Weil man hier zu viel vom Gesicht zieht, okay Ähm, egal Da ich ja sowieso auf Die Art hier spiele Mit der Grafik ist das Relativ Wurst Mit dem 3DFX Und so Sagt Woher sollte die in der Antike wissen, dass das 2000 Yerchen später ein Problem ist? Das ist richtig Viel speichern Mhm Die Frage ist ja, wo ist denn jetzt was aufgegangen? Irgendwo da oben Kann ja bestimmt irgendwo hochklettern Äh Äh Ha Nur wo? Danke für dein Lurk-Support Wo ist denn was aufgegangen? Oder ist das ein Zeithebel? Warte mal, ich geh nochmal Ich geh nochmal da hin Und guck mal, ob ich den Hebel nochmal ziehen kann Vielleicht ist der ja auf Zeit Wäre mies Aber auch möglich Weil der Hebel steht ja oben, guck mal Ja Sag ich doch Das ist ein Hebel mit Timer Großartig Pfff So Dann hopsen wir mal hier durch Der perfekte Moment, um Zu speichern Keine Tiere? Keine Tiere Nur Nur ein optisch merkwürdiger Block Nur ein optisch merkwürdiger Block Wow Wow Soundtellert Sagt Madio Bplay 2 4 0 Bits Ich hab mich jetzt wegen der Tür erschrocken Aber danke fürs Wow Da erschreckt man sich Und kriegt gleich noch einen hin dran, weißt du? Großartig Bestes Timing Madio B. Sagt Hihi, calm down Ist ok, ist ok Oh Oh Was muss ich jetzt machen? Weil ich komme ja hier jetzt nicht mehr raus Hm Ah Dieser komische Würfel Dieser komische Würfel Das hier Öffnet das Gatter Ja moin Oh This sound Ok Okely dokely Ich hab's verstanden Enten! Diese Geräusche dabei, ey. Dieses Spiel macht mich verrückt. Alles klar. Da haben sie ja dann später im zweiten Teil, wenn Glas auf dem Boden ist, musst du durch das Glas durchgehen, um keinen Schaden zu nehmen und all solche Spiele rein. Die müssen ihre Spieler echt hassen. Aber ja, die Tomb Raider-Entwickler haben angefangen, Lara Croft zu hassen. Okay. Aber auch nur wegen dem Zeitdruck. Laden, speichern. Okay, 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 okay. Ich muss dahin, glaube ich. Ich glaube, hier hoch ist nichts. Oh doch, Munition. Okay, dann so. Was ist los? Was ist los? Wenn es einen Bug in einem Spiel gibt, ich laufe rein. Nein. Das war knapp. Wenn es in einem Spiel einen Bug gibt, ich finde den. Ob gewollt oder nicht, selber dahingestellt, aber ich finde immer, 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 immer Bugs in Spielen. Da können die Spiele noch so alt sein und eigentlich bugfrei programmiert sein, aber ich bleibe immer in irgendwelchen Ecken hängen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. So. Einmal hier hoch. Und dann gucken wir uns mal um. Ja, wo muss ich denn hin? Also hier geht es ja auch nicht weiter anscheinend. Dann wohl dahin. Ich weiß noch nicht, ob ich Anlauf brauche dafür oder nicht. Wir speichern. Oh, das hat gut geklappt. Das hat ganz gut funktioniert. Gespräche in der Wohnung. Das ging schnell. Okay. Laute Gespräche bei mir in der Wohnung. Habe ich schon die Tür zu? Zum Glück habe ich die Empfindlichkeit vom Mikrofon so weit runter gedreht. Lästig. Okay. Aber ist alles gut. War nur ganz lieb mit der Nachbarin. Die hat Hörgeräte. Die hat Hörgeräte. Da muss man ein bisschen lauter reden. Verstehe dich sonst nicht. So. Das nehme ich mit. Da ziehe ich am Hebelchen. Das ist wieder so ein Ding. Das schickt dich jetzt hin und her und hin und her. Entweder ist es da oder da in der Ecke. Oder da in der Ecke. Irgendwo ist es jetzt aufgegangen. Keine Ahnung. Ich wollte sagen, neue Tiere wären jetzt auch blöd. Wenn dann zu viele Tiere hier aufkreuzen und man zu viel platt machen muss. Ist das Kunst oder kann das weg? So. Diese Türen immer. Ich erschrecke mich wie Bolle. Ich sollte nicht hier drin sein. Oh, ich sollte hier drin sein. Ich habe gerade durch Zufall überlebt. Weil ich mit der Steuerung gerade total überfordert war. Kann man auch mal machen. Kann man auch machen. Ich habe überlebt, weil ich mit der Steuerung überfordert war. Noch ein Hebel. Das war mein Rückweg. Und jetzt? Böse Luft. Jetzt ist der... Pierre schon wieder da? Und so ein Lübfe. Hallo Pierre. Ich muss mal Soundalerts mit aus dem Sprachbord rausmachen. Kann ich das gerade schnell... Warte mal. Warte mal. Each Jet Control Panel. User Group Blacklist. Ähm. Soundalert. So. Danke. Das hat gut geklappt. Und... Und... Hat mich verkippt. Ich guck gerade mal kurz hier rein. Dann sehe ich es nämlich. Genau. Das war richtig. Gut. Dass nicht jedes Mal Soundalerts mit vorgelesen wird. Hat mal... Auf die Blacklist... Gesetzt. Ja. Komm her. Du bist... Gleich Fritte. So. Ich sag schon mal im Voraus. 18 Uhr. Mache ich... Ähm. Ja. 18 Uhr mache ich Päuschen. Zum Essen. Da ist er wieder weg. Stressig. Der Dude ist stressig. Und dann... Nach dem Päuschen... Geht's... Weiter. So. Dann kann ich hier nochmal... Ich muss viel mehr speichern. Ansonst... Ist das hier... Das Spiel ist ja... Ja. Also... Crazy. Bitte, Lara. O-M-G-I-E So, langsam zur Kante laufen. Und spring. Langsam zur Kante laufen. Und spring. Langsam zur Kante laufen. Und spring. Diese Wand sieht merkwürdig aus. Die Textur ist viel zu weit oben. Also selbst im Original hat man es besser hingekriegt. Okay. Und der nächste Hebel ist gezogen. Und jetzt muss ich mich hier ganz langsam wieder runterlassen, oder? Eigentlich müsste ich da drauf landen können. Jo. Ohne großartig Schaden zu nehmen. Ganz toll. Ganz toll. Ganz toll. Gefällt mir. Ausnehmend gut gefällt mir das. Ich hoffe, Kia lässt mich jetzt in Ruhe. Ein Hebel und ein Wasserbecken. Wir springen einfach mal rein. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Gut. Den Block muss ich schieben. Reinziehen bringt ja nichts. Der Raum ist nur vier Blöcke groß. Hier kann ich den Block ziehen. Und hier kann ich auch mal meine Waffen ziehen. Wir verkaufen auf ETSI so vieles, was es kostenlos im Internet gibt und ich sehe es, weil die kostenlosen Versionen von 2023 sind und die bei ETSI von 2024. Okay. Okay, okay. Ja, manche Leute sind halt echt unverschämt. Die verkaufen einfach Zeug, was es auch kostenlos gibt und verstoßen damit wahrscheinlich auch gegen irgendwelche rechtlichen Sachen. Aber was soll's? Aber du hast es doch bemerkt. Manabercen sagt, verkaufst du ein paar Monate und dann gibt es die nicht mehr. Irgendwo ist eine Tür aufgegangen. Bestimmt wieder da oben, ne? Da oben drin war das doch. Sehe ich das richtig? Ich bin etwas irritiert. Irritiert und verwirrt. So. Ich hasse es, wenn diese Türen runterfallen. Das Geräusch erschreckt mich jedes Mal. Ach ja, das war die Tür. Genau, und durch die Tür musste ich jetzt gehen. Meine Synapsen, ey. Meine Synapsen. Macht mich nicht fertig. Dieses Geräusch. Warum. Okay. Okay. So. Jetzt muss ich hier wieder hier rupperspringen. Und einmal so rumdrehen. So. Und hopp. Dann hier. Oh, warte. Erst drehen. Einen zurück. Und hopp. Oh, jetzt hat es ein bisschen geruckelt. Hat ein bisschen geruckelt. Hä? Die zweite Tür ist eine Fake-Tür und es ist hier einfach nur ein Medikit drin? Hä? Wurde gerade getrollt. Was zum... Aber ich habe einen Schlüssel gefunden. Stimmt. Ich wurde getrollt. Und tschüss. Egal wo du bist. Äh, Digi. Ich muss, äh, äh, ich muss weiter. Hab keine Zeit für dich. Ist hier irgendwas? Ich sehe hier halt einfach nichts. Kein Hebel, kein... Kein Hebel, kein... Kein Hebel, kein... Wo denn? Manabertchen. Sagt. Was war das für eine Textur unter Wasser? Ein Arm. Warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Stressig, die Kollegen. Stressig. Ja. Ich würde sagen, da ist dem beim Remasteren kleiner Fehler unterlaufen. Weil im Original ist es nicht drin. Ja gut, jetzt kann ich da rein. Und kann da unten drin nichts machen. Komm ja nirgendwo hin. Ah. Und das ist ein Sturz, der mich fast gekillt hat. Hm. Hm. Häffchen. Hier bin ich. Man kann ja sonst tierlieb sein, ne? Was ist denn da passiert? Buggidi-Buggidi-Bugg-Bugg-Bugg-Bugg. Oh, da hat's wieder geruckelt. Was ist denn heute los? Warum ruckelst du denn heute so? Hm. Gibt's hier noch irgendwo eine Variante, hier hochzuklettern, die ich noch nicht geblickt habe, um irgendwo noch eine Tür zu öffnen oder so? Was ist das? Hm-hm. Das ist ein Laufen. Wir sehen uns das. Soll das? Wir sehen uns. Schön. Oh, es ist ein Laufen. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns um ein bisschen. Unsere. Wir sehen uns zu. Hm. Irgendwie fehlt mir noch die Lösung dazu und der Wasser dazu öffnen. Seltsam. Hopp. Guck nochmal mit der alten Textur, mit der Originaltextur, ob ich da unten was erkenne. Mhm. Ach ja, hier, guck mal, die Ottomanen, die sehen ja auch toll aus mit der Originaltextur. Ach, siehste, da, da, guck mal, da oben. Ey, das habe ich in der Remaster-Optik einfach nicht erkannt. Das habe ich nicht gesehen. Okay, und dann geht's weiter. Einfach weiterschwimmen. Einfach weiterschwimmen. Ignorieren wir den Kollegen da hinten. Und da haben wir das Level geschafft. Ja, moin. So. Dann speichern wir das Ganze hier. Und jetzt sind wir der Palast des Midas. Oh, Midas. Yay. Es gibt in diesem Level eine Sache, die ich sofort als erstes mache. Und zwar springe ich als erstes im Remaster und in der Originalversion einmal auf die Hand. Das muss ich machen. Ich möchte wissen, wie haben die das umgesetzt. Das ist einfach zu schön. Also ich weiß ja, wie es im Original aussieht. Das zeige ich dann im Original. Also in der Optik einmal. Und dann gucke ich mir an, wie das im Remaster umgesetzt ist. Aber das ist das, was mich interessiert. Wie haben die das umgesetzt? Ich freue mir. Ich freue mir. Ihr dürft wieder Affen sein. Müssten auch wieder zwei oder drei sein. Waren, glaube ich, eigentlich drei. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, das Kolosseum ist bei mir in der Gedächtnislücke verschwunden. Deswegen merende unter Strich V sagt Palast des Mideas Nee, des Mideas Mideas Luki Luki Mideas Da ist der dritte. Guck mal. Oder ist er noch ein vierter? Michelle unter Strich 7 B 7 sagt Uhu Merenda V Merenda unter Strich V Du wuchst Ach so, nix geschnürtes Ja, und moin Merenda unter Strich V Sei gegrüßt Sagt Moinsen Muss mich hier nur um das affige Getue gerade mal kümmern So Marie und so Sagt Mei, das war der alles zu Gold machen wollte, oder? Das ist korrekt Das ist vollkommen korrekt Marie und so Sagt Hallo Merenda V Merenda unter Strich V Sagt Jupp Jupp Wo kommst denn du her, Digi? Was ist mit dir falsch? Was bist du für eins komischen? Alles voller Affen und mittendrin Krokodil Warum hat der nicht die Affen schon mal sich gesnackt? Frech So Will erstmal hier die Viechers alle wegmachen und die Midas Hand suchen Das ist mir nämlich ein Jumbo-Plysier das auszuprobieren Toll Einmal beißen konnte er noch, wa? Es flattert doch immer noch Hier ist er doch noch Ich weiß nur, dass hier die Stage komplett voll ist mit irgendwelchen Viechern Unglaublich An der Stelle hat sich die Level-Designer gedacht Och komm, wir haben noch die Möglichkeit Tiere einzubauen Da, 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 da Überall Okay Keine Ahnung Vielleicht ist es auch ein Soundbug Gleiche Taste So Nur die Framerate im Original ist halt echt schon echt ein bisschen äh crazy So So Noch mehr von diesen Pillemann-Bildern Na toll Kuckuck Ich glaube, das dürfte es auch für den Anfang gewesen sein Genug Äffchen Zermatscht Okay, da komm ich nicht so hoch Ähm Das ist eine Tür Die Dinger mit den Ringen oben hier Das sind Türen Anscheinend Das ist mir so hoch Wortwörtlich Natürlich Wer hätte es geahnt Eine Sprungpassage Die gab es in dem Spiel immer so wenig Weißt du Okay Hopp So Marie Marie und so Sagt Stimmt Hatten wir lange nicht mehr Das hat geklappt Das ist gut Das ist sehr gut Oh Oh In dem Spiel gibt es auch eine unsichtbare Plattform So weit sind wir zwar noch nicht Aber die gibt es hier auch Ist mir gerade mal so spontan eingefallen Dass es die hier auch gibt Ich glaube, da schaffe ich den Sprung nicht hin Ich muss erst wieder zurück Ich muss glaube ich erst zurück Und dann Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt Oh Ich habe eine Nachricht gekriegt von meinem Schatzi Dass unser Essen fertig ist Ähm Hopp Aber jetzt mache ich erst mal noch die eine Sprungpassage versuche ich Trau mich nicht Speichern Oh Ich frage mich, warum ich mich nicht getraut habe Laden Ah Ich bin nicht doof Auch wenn ich es manchmal Auch wenn ich mich manchmal echt doof anstelle So zum Beispiel Ach man Spielladen Eigenlob Weißt du Eigenlob Ich bin nicht religiös Aber man hat mir mal gesagt Kleine Sünden Ne Oh Oh Das war auch wieder knapp Oh 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 Da wäre ich ja fast drüber gehopst Okay Schön Dass da jetzt die Musik einsetzt Ähm Speichern? Was de I Du íst Verk Bau Steiver Aus V CD An Dok Du E T D schade wollen jetzt einen spielstand geladen ist die musik weg ich hab's kaputt gemacht das ist so ein lustiges rätselquiz gedingsel drückt die richtige reihenfolge und es funktioniert oder was ist das hier kann mich nicht mehr erinnern du oder ist das ein drück alle hebel und warte auf dein glück also hier ist ja jetzt effektiv erstmal nichts passiert da muss ich dann noch mal gucken du da ist irgendwas stimmt hier doch nicht irgendwie ein hübsches muster machen wo jedes zweite hebelchen haben wir irgendeinen hinweis dazu also jetzt habe ich ja nur die hebel gedrückt wo die säule davor ist entschuldigung ich lade nochmal kann auch mal nur die drücken wo keine säule davor ist man muss ja an irgendwie solche dinge denken und es tut sich nichts dann gehe ich mal zurück zum titelbildschirm lasst euch die titelmelodie laufen und mache ein kurzes päuschen um eben schnell was zu essen sagt lass es dir schmecken Alice Tiger 68 80 Tiger ist alles okay ich mache jetzt eh Pause neuer noch da seufzt bin noch im Lürk wollte mich melden dass ich noch lebe xd dankeschön dankeschön sagt guten hunger Alice bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich Amen. 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 Endada. Psychoelis. Sagt. Ich bin gleich da, holt euch noch schnell was zu trinken oder geht Pipi machen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hey, hey, du Hey, du, ja, genau du Da bin ich wieder Und sobald mein Controller sagt Unterstrich 7B7 Sagt WBL ist Sobald mein Controller sagt, er hat Bock Alles klar Danke, Michelle Kann ich das, ähm, den Spielstand laden? Okay Und jetzt müssen wir rausfinden, ähm In welcher Kombination Vielleicht die Vielleicht die drei in der Mitte? Ah, das ist jetzt Rätselraten, ne? Vielleicht, vielleicht, vielleicht Sehe ich ja noch einen Hinweis Mal gucken Also das hier soll eine Tür sein Gehe ich jetzt fest von aus? Weil in der alten Grafik erkennt man, okay, das ist vorne dran gesetzt Ähm Das da ist eine Tür Haben wir schon mal zwei Türen Dann haben wir hier nochmal zwei Hier ist eine Und da ist eine Okay Es sind aber nur vier Türen Ich hab fünf Hebel und vier Türen Hm Huh Oh 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 Es passiert nichts. Trient Error würde ich sagen, ne? Nee. Toll. Die Tür da hinten ist von der Säule verdeckt. Nö. Michelle unterstrich 7B7 sagt, es gibt doch nur 32 Möglichkeiten. Jo. Ähm. Ähm Hm Ja auch schön, wenn das einfach irgendwie eine Animation geben würde, wenn die Tür aufgeht. Holger Neidhart sagt, wer kommt Putzenhilfe? Also ich hätte jetzt kein Problem damit zu putzen. Aber der Weg bis zu dir ist schon ein bisschen weiter, ne? Zumindest für mich gerade im Moment, das schwierig. Die Tür ist offen. Eins, zwei, drei, vier und der erste ist unten. Links ist unten. Holger Neidhart sagt, hab die falschen Aufsätze fürs falsche Handrührgerät benutzt und die haben sich beim Teig machen selbstständig gemacht. Überall klebt nun der Teig. Mein Schatz, sie hat Brot gebacken. Mal wieder. Ein gutes Dinkelbrot. Und das ist verdammt gut geworden. Mal wieder. Und diesmal sogar noch richtig, richtig krass fluffig. Holger Neidhart Ih, was sind das denn für Ratten? Ich einen Leinsamen-Cola-Kuchen-Begang. Äh, ist das widerlich. Gut, das hat super geklappt. Aber ich glaube, hier sind jetzt keine Ratten mehr, ne? Das waren nur die, die ich jetzt gerade weggemacht habe. Äh. Hallo. Holger Neidhart sagt, wieso sind Ratten zu zu zwei? Die sind doch süß. Nee. I. Der ist noch nie so eine Ratte durch den Klodeckel hochgekommen, oder? Du hast so, so, so ein richtig dickes, fettes Vieh, was durch die Abwasserleitung hochkam. Wenn den Klodeckel hochmachst, guck dich das Vieh an. Äh. Nee. Nee. Mm-mm. Nein. Nein. Mm-mm. Holger Neidhart sagt, ich habe Ratten meine Freunde genannt und die haben bei mir gelebt. Ich habe die Errungenschaft freigeschaltet. Fang Feuer und lösche es mit Wasser. Ja, das ist schön. Marie und so sagt, wusste gar nicht, dass DHL inzwischen Haustiere per Abwasserrohr liefert. Also Ratten als Haustiere finde ich ja okay. Wenn das gezüchtete Tiere sind, kein Problem. Aber wenn dir so ein garstickees Vieh durch deine Kacke-Rohr-Post nach oben kommt, dann habe ich da einfach keinen Bock drauf. Ich finde manche Tiere in der Wildnis einfach nicht so geil. Die haben eine Existenzberechtigung, ist alles in Ordnung. Reinhardt sagt, das waren gezüchtete und die dürften hier in der Wohnung freilaufen. Die waren superlieb und süß. Ja, ich sage ja, wenn die gezüchtet sind und so, das ist ja alles gut und schön. Aber das ist auch richtig schöne, dicke Viecher sind, die wild durch die Kante laufen und was weiß ich nicht. Ne. Ich hasse diese Aufgabe. Ich hasse es. Ach, Mensch, Lara. Holger Neidhart sagt, ich sehe irgendwie bei dir Gänsehaut bei dem Gedanken daran, maybe. Ach. Lara, du sollst an der Kante stehen bleiben. Manchmal funktioniert das irgendwie nicht, ne? Jenny Marni sagt, Hallo, Jen, bin jetzt auch da. Hallo, Jenny. Sagt, notiert, heute gibt Alice Lara Schwimmunterricht. Dankeschön. Schön, dass du das notiert hast. Tiger 6880 sagt, ich habe es geschafft und überlebt, ja, ich und Jenny ist auch da, ja, ich zu, 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 xd bin fertig für heute mehr. Michelle unterstrich 7b7 sagt, huhu, Jenny Marni, Marie und so sagt, Hallo, Jenny Marni. Ich habe mich gerade mal kurz ganz dezent verbrannt. So, jetzt mal ganz langsam hier. Willkommen Jenny erst mal. Ja, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Ja, ich gebe der Lara heute Schwimmunterricht. Jetzt bestimmt ein paar Mal. Diese Aufgabe, ich habe sie immer gehasst. Oh Gott. So. Jenny Marni sagt, Michelle 7b7 Marie und so Hallöchen. Holger Neidhart Huch. Ich sehe latente Aggressionen kann das sein. Tiger 6880 sagt, Abs was vergessen, NXT. Das ist nicht schlimm. Auch wenn du vergisst, den Unlurk Befehl zu benutzen, du schreibst, ja, ich sehe dich ja. Ist doch alles gut. Das ist keine Pflicht. Und, äh, die Aggressionen fangen langsam an, ja. Es, die kommen langsam. Die frustrierenden Teile im Spiel treten wir jetzt langsam zum Vorschein. Ganz dezent. La, 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 ich bin die Ruhe in Person. Wir haben hier gar kein Problem. Hopp. Und. Da hat der Anlauf wieder nicht gereicht. Das war wieder dieser halbe Pixel, der nicht da war. Ach, Freude, ach, Freude. Ich drückte immer die falsche Taste. Ich muss doch auf X drücken. Warum mache ich denn so was? Frustrierend. Es ist frustrierend. Man braucht bei alten Spielen allgemein eine sehr, sehr hohe Frusttoleranz. Das ist definitiv schon mal klar. Das kann man schon mal so festhalten. Oh. Hopp. So. Den halben Schritt nach hinten. Rüber. Ich glaube, unserer lieben Lara ist es gerade zu warm. Oh. Wie ist denn die jetzt in die Mitte gerutscht? Aber ich fand das schön, wie sie gerade Oh. gemacht hat. Oh. Verdient. Verdient. Holger Neidhart Sagt. Ich muss bei diesen Spielen um die Lebenszeit meines Rechners zu verlängern oft tagelang unterbrechen sonst hau ich alles kaputt ich hab dazu keinen Nerv. Ach. Eigentlich geht's doch. Tiger 68 80 sagt bin echt mega fertig heute Werkstatt Türe lackiert Sitzbank lackiert Blumen Kübel aus Holz lasiert Löcher an Fassaden verputzt Werkstatt aufgeräumt dann noch betreue bin mega froh dass Jenny da ist und ich hier noch was mit Bär komme ich bin so am A und natürlich mit euch mit im Chat zu schreiben Herze gehen raus wow Tiger cool es ist schön dass du hier im Stream dich noch ein bisschen erholen kannst noch ein bisschen was mitnehmen kannst und ja ich mag mein Chat ich liebe meinen Chat einfach mein Chat ist toll ist ja nur wundervolle liebe Menschen drin und maybe ziehe ich da auch ein bisschen Energie raus es hilft mir tatsächlich auch ach komm schon das hatte ich echt nicht mehr so krass frustrierend im Sinn aber wie gesagt ich bin durch Anniversary sehr sehr geschädigt Anniversary hat sehr sehr viel vereinfacht was Levelaufbau angeht so yay so dann haben wir das auch ha 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 Speichern. Michelle unterstrich 7b7 sagt Ja, die Zeit hier hilft mir auch immens, die Alltagssorgen zu vergessen. Danke dafür. Das ist für uns alle eine Win-Win-Situation. Und ich habe gerade voll den Gedankenblitz. Moment. Ich habe hier einen Zettel, Moment. Holger Neidhardt sagt Cittara-a-a-wein Cheetah Bein Moment. Holger Neidhardt sagt F. Chen Ich muss jetzt mal was ausprobieren. Und die Tür da vorne ist halt eine echt schlechte Voraussetzung dafür. Ähm Okay. Das habe ich. Uuh. So nicht, Lara. So nicht. Genau. Uuh. 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 Das heißt... Das heißt... Wir probieren gleich was aus. Ich mache mir nur gerade meine Notiz fertig. Und das nach... Das nach... Uhu. 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 Okay. Und zwar... die Tür da hinten hatte Epsilon, Omega, 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 Omega. Epsilon, der erste Hebel, ist unten und viermal Omega Hebel ist oben. Die Tür hier vorne hat Epsilon, Omega, Omega, Omega und dann nochmal Epsilon. Das heißt, wenn ich den letzten Hebel jetzt auch runterziehe, müsste da vorne die Tür auf sein. Wenn ich jetzt richtig liege. Deswegen habe ich mir jetzt gerade die Türen aufgezeichnet, was dran steht und habe mir Pfeile dran gemacht. Ah. Manchmal bin ich, manchmal habe ich einen richtigen Gedankenblitz. Oh. Kollege. Ich hänge fest. Das war ja jetzt nicht so gut. Ich glaube, ich habe gespeichert. Michelle unterstrich 7W7 sagt Absehe. Jups. Ach, das Panama passieren. Ist hier nicht eben noch ein Äffchen rumgerannt? Hm. Seltsam. Na gut. Das kann mal passieren. Das ist, ähm... Da war das Äffchen. Also, hier drin kriege ich den Löwen nicht besiegt. Das kannst du vergessen. Das wird da drin in diesem Areal erstmal nichts. Ich weiß nicht, wie es mit meiner Lebensanzeige war ja so ziemlich voll, ne? Marie und so sagt Löwen rauslocken. Das ist korrekt. Das ist das, was ich jetzt versuchen werde. Ich weiß noch nicht genau, wo der Trigger ist für das Äffchen. Das Äffchen ist aber nicht so groß das Problem. Ach, da ist er ja. Hört doch schon. Oh, Kollege. Gut. Na ja, damit ich den ganzen Weg nicht nochmal machen muss. Feichern. Ja, ich weiß noch nicht. Okay. So. Genau. Hier muss ich drei Goldbarren einsetzen. Die ich noch nicht habe. Okay, das ist dann diese Tür. Ich kann mich halt wirklich nur so bruchstückchenhaft dran erinnern. Gut. Dann müssen wir wohl, ähm, eine andere Tür öffnen. Das wäre dann in dem Fall der erste Hebel oben. Der zweite oben, der dritte unten. Der zweite oben, der dritte unten. Oh, und dann passt das schon. Ach, ne, das war die Tür da vorne. Ach, ne, das war die Tür da vorne. Das sieht aus, als müsste ich vorher speichern. Das sieht aus, als müsste ich vorher speichern. Okay. Okay. Das habe ich doch gesehen. Huch. Ne, 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 ne. Noch mal ziehen, bitte. Lara. Aha. Was war das denn? Ah. Ich kann mich erinnern, wie das bei Anniversary war. Bei Anniversary ist das nämlich mit Timer. Das ist jetzt wieder so eine lustige Sprungpassage. Wie wir sie schon lange nicht mehr hatten. Ich würde sagen, ich muss da hin. Mit Anlauf. So, und dann da hin. Noch einmal hier rüber drehen. So. Nein. Nein. Das war nicht so gut. Nee, Digga. Das ist nicht gut. Das eitert schwer raus. Ah. Ah. So. Weil ich den Soundeffekt so geil fand. So. Nee, 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 nee. Kein Sprung mit Anlauf. Der Sprung ist mit Anlauf. So. Oh. So, jetzt hier wieder mit Schwung. Ich rieche was. Der hätte mich jetzt auch fast weggefrühstückt, ne? Falsche Taste. Praktisch, dass ich gerade eben gespeichert habe. So. Ich hatte irgendwie sowas noch im Gefühl, dass das nicht gut gehen kann. Hm, hm. Komm ich denn jetzt einfach hier runter? Wenn ich einfach sage, okay, ich gehe hier zur Kante. Ah, so viel Schaden habe ich davon nicht. Das ist okay. Damit bin ich fein. So, dann müssen wir die andere Tür noch öffnen. So, die eine Tür hatte... Und den hier oben. Den hier unten. Den zweiten unten. Den oben. Wollen wir jetzt noch mal gucken, ob er offen ist? Ist offen. Okay. Weil ein Symbol hat ja gefehlt. Ich finde, das ist wieder speicherwürdig. So. Das Spiel mag nämlich Überraschungen. Hm. Hm. Das ist die Nummer mit dem Sand. Glaub ich. Da unten sind auch wieder Tiere. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Im Original kann man hier übrigens nicht nach oben. So. Jetzt ist die Säule eingestürzt. Und dadurch kann ich hier irgendwie eine Kletterpassage mal wieder. Hahaha. Äh. Auslösen. Ja, ja. Mist. Holger Neidhardt sagt. Kann oder könnte es. Das ist hier die Frage. Könnte. Uh. Ich weiß zumindest schon mal, wie es nicht funktioniert. Das ist, ähm. Das ist schon mal, äh, geklärt. Ich weiß, wie es nicht funktioniert. Ich hab's aber auch nur noch so bröckchenweise in meinem Gedächtnis. Das ist immer so, so grundlegend. Ja, das und das war das. Da musst du das machen. Aber wo genau irgendwelche Gegenstände liegen, in welche Richtung Kletterpassagen waren, das ist halt bei mir raus. Da bin ich. Da hab ich die Hälfte. Ist da bei mir komplett. Kannst knicken. Dass man zum Beispiel bei Damokles langsam durchlaufen muss, damit die Schwerter vor einem landen und eigentlich filetieren, das, ähm, war so eine Sache. Das wusste ich noch. So. In dem vorherigen Level. Hä? Oh. Met Job. Thank you. Oh. Oh. Hm? ich schaff das schon ich schaff das schon kann das ganz alleine ach ja äffchen kann ich gleich mal speichern ich hab fast wieder geladen so das machen wir gerade mal von hier war ich finde das nicht so gut angeknuspert zu werden so mal gucken ein äffchen ist noch unten wir schwadronieren aber mal ganz gemütlich hier am wand lang hier sind nämlich diese missratenen schildgründen ohne panzer ich dachte mir so auf springen hatte ich jetzt keine lust das war schon mal nicht gut okay und wie komme ich da hin ich glaube da ist das Becken der Beckenrand ist ein bisschen höher wieso was machst du denn was kannst du denn nicht mehr wo drückt der Schuh Medikit und Munition na dann schön was denn was machst du denn mit deinem OBS oder was suchst was du suchst oder was du machst warum was geht nicht was geht denn nicht man aber schön sagt alles man aber schön sagt später nicht hier ich wollte eigentlich gleich nach vorne drücken aber irgendwie weht ja nicht hier okay dann schreib es mir einfach privat Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist für mich wieder speicherwürdig. Also dieses Spiel ist wirklich eine geringe Frustrationsgrenze und dann vergessen zu speichern, dann hast du in dem Spiel alles geschafft. So. Schön, wo mein Schatten jetzt gerade ist, ne? Guck mal, ich habe einen Schatten. Hier habe ich keinen Schatten, aber hier habe ich einen Schatten. Und der Schatten ist so gut positioniert, so gut berechnet. Mann, die Immersion der Realität ist ja unglaublich. Irgendwo flattert noch so ein Viech. Irgendwo flattert noch so ein Viech. Ach, hier liegt auch noch was. Oh, nur die Waffe dazu. Das wäre doch mal was. Hä? Die Waffe zu der ganzen Munition wäre doch gut. Wir suchen erst mal hier alles ab. Wir suchen erst mal hier alles ab. Das war's. Hier ist nix. Wir haben ganz viel nichts gefunden. Großartig. Okay. Okay. Da geht's nach oben und da geht's nach hinten. Wenn ich jetzt hier nach hinten gehe, geht's da auch nur nach oben. Nee, doch nicht. Jetzt bin ich an dem Wasserbecken. Und da geht's nach unten. Hier liegen tote Tiere. War ich hier schon? Meine Synapsen haben wieder alles verworfen, was in den letzten Minuten passiert ist. In den letzten Stunden. Keine Ahnung. Oh, klar war ich hier schon. Cool. Okay, dann gehe ich jetzt da drüben nochmal nach oben. Total Brain AFK einfach. Lol. Es ist ja Stille in diesem Spiel immer. Es ist Stille. Ja, klar war ich hier schon. Okay, aber... So, Moment. Hier links. Ich hab nur zwei Barren. Ich hab nur zwei Bleibarren. Also fehlt mir ja noch was. Nee, hier lag nix. Ich dachte jetzt, dass hier vielleicht auf dem Podest irgendwie doch was lag. Wenn ich das nur nicht mitgenommen hab. Hm. Strange things go strange. Hmm. Ja. Es ist ja wist. So, einmal drehen, bitte. Das war zu weit. Schade. Okay, mit einem Schritt weiter hinten. Hm, hopp. Das hat geklappt. Alles klar. Dann machen wir diese Sprungpassage nochmal, weil ich die so gut finde. So, jetzt hier wieder auf die Säule, die ich eben habe, einstürzen lassen. Weil Lara macht ja in Gräbern und so nie was kaputt. Hm, 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 hm. So. Rebe und Gedenkstätten. Lass Lara Croft einfach drauf los. Und du sparst dir den Abriss. Habe irgendwas übersehen. Weiß noch nicht, was es ist und wo es ist. Aber ich habe irgendwo irgendwas übersehen. Hm. Okidoki. Okidoki. Das fand ich gut. Gut. Wow. Aber ich kann mich jetzt wieder über diesen wundervollen Schatten erfreuen. Mist. ja ja lara hebt du erst mal in ruhe die munition auf die frau die frau irgendwas muss jedoch sein was ich übersehen habe ja 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 seltsam was habe ich übersehen wo ist mein fehler weil irgendwo muss ja auch noch die hand von midas irgendwo also die die midas statue muss irgendwo sein die habe ich auch noch nicht gesehen seltsam seltsam oh toll er möchte werbung machen damit uns das nicht ewig belästigt mache ich jetzt mal ganz kurz eine pause für die die kein abo haben sonst wird das nämlich ein bisschen lästig schreib doch mal wie geht es denn so wie läuft es denn so in der zwischenzeit ist jetzt hat die frage ich brauche den dritten barren und ich muss und ich muss glaube ich in den garten kommen das heißt das heißt ich gucke noch mal in den raum wo ich die barren einsetzen muss ob ich da was sehe vielleicht habe ich da was übersehen und ich gucke noch mal ich gucke noch mal die gartentür sagt es gibt einen garten ja das ist doch wenn ich die treppe runter gehe ich bin doch an der in dem einen bereich die treppe gehe die eine treppe hoch und die andere auf der anderen seite runter und äh da wo es nach unten geht da ist ein garten ich gehe zuerst mal zu der tür wo der garten ist aber da ist halt ein großes tor davor ich weiß nicht wie ich da reinkomme das ist halt die frage ne mhm mhm oh Zurückgelegte Strecke, 4,33 Kilometer. Ohn. Hm. Ja, wenn das so ist, okay. Okay, in 10 Sekunden, 15 Sekunden, in 15 Sekunden ist der Rest auch wieder da. Ähm. Dann würde ich sagen, ich gehe nochmal zurück, ich gehe nochmal runter, wo der Garten ist. Deine Community ist zurück, also falls jetzt irgendwer Werbung hatte, dann, äh, willkommen zurück. Ich habe nichts gemacht, außer im Kreis drehen und in die Luft geballert. Es ist nichts passiert. Und ich hatte die Überlegung, hier gehe ich die Treppe runter, dann geht's, Moment, dann geht hier die Treppe runter. Nee, da geht's da hin, zurück. Moment, ich guck, ich guck, ich guck, ich guck. Dann war die Treppe doch auf der Seite. Ja, genau, da ist die Treppe. Da ist die Treppe. Klub, 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 klub. Da ist der Garten. Nur ist hier halt ein großes Tor da vorne. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da reinkomme. Das ist das Wasserbecken, an dem ich angekommen bin. Und außer dem Eingang ist hier nichts. Und hier? Hier war ich ja auch noch nicht drin. Also, ich war hier schon drin. Das hier ist die Tür, ist klar. Aber ich habe hier noch nicht alles erfundet, ne? Hier sind auch noch so Stellen, wo ich rumklettern kann und so. Weil hier vorne kann ich ja hochklettern. Oh, lol. Einfach, ich bin hier einfach nur rum. Bin amok gelaufen. Und dann bin ich wieder raus. Okay, irgendwie. Irgendwie muss man doch hier hochkommen. Hmm. 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 Das sieht halt echt so aus, als könnte ich da auf diese Säule drauf. Aber hier ist einfach nix. Ich kann ja auch nix machen, ne? Ich sehe zumindest nichts, was ich hier machen kann. Irgendwie muss man doch da hochkommen. Das ist doch nicht einfach so da. Und irgendwie gibt es noch einen Weg über diesen Pool drüber. Oh, warte. Oh, Entschuldigung. Irgendwie muss es noch einen Weg geben, um über den Pool drüber zu kommen, ne? Also, ich gehe noch mal da rein. Das war jetzt... Y-Omega-Omega-Omega-Omega. Irgendwie muss das ja gehen. Also, der Hebel hier runter. Falsche Taste. Und der Hebel hier runter. Oh, nein. Es ist genau andersrum. Der Hebel unten und die anderen alle oben. Wer ist doof? Ich habe auch keine Ahnung. Wer ist der Mörder? Der Gärtner. Ach ja. Ich habe auf die falsche Dings geguckt. Schlagt mich einfach. Schlagt mich. Ich habe es verdient. Bist du verblädet oder bist du verblädet? Ob du verblädet bist, habe ich gefragt. Oh. Großartig. Vielleicht muss ich auch mal wieder was trinken. Vielleicht hilft das ja. Gänsefleisch mal einen Kofferraum aufmachen. Ich würde gerne mal nachgucken, was sie da so versteckt haben. Ist wunderbar, dass sich die Leute dann aus dem Lörk melden und hier ankommen. Natürlich kann ich mit dem Unfug aufhören. Aber ich bin doch hier, um Unfug zu machen. Ilman Chottrans Sagt Hallo zusammen. Und willkommen. Schön, dass du da bist. Und Hat jetzt jemand eine Ahnung, was ich machen muss? Hilfe. 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 Nur ein kleiner Hinweis. Ein kleiner Tipp. Äh. Hilman Chottrans Sagt Das Spiel habe ich zuletzt im letzten Jahrtausend gespielt. Ja. Und dann sah das auch noch so aus. Ich weiß. Ach man. Ja. Ich glaube, ich stecke wirklich fest. Ich glaube, ich stecke wirklich fest. Das ist ja jetzt nicht so gut. Es ist auch einfach so unglaublich windig. Verstehe ich nicht. Mach doch mal das Fenster zu. Ich will halt auch nicht so lange an einer Stelle rumquaken, weil das wird ja langweilig. Außer ihr labt euch an meiner Verzweiflung, weil ich den Weg nicht finde. Aber da hat ja nur Holger was davon. Das ist... Soll ja nicht nur einer hier Spaß haben. Das war ja der Garten, da ist die Tür zu. Mann. Sollten. Jeff. Du bist wirklich mitgebracht. Ach komm, manchmal habe ich so einen Gedankenblitz, weißt du? Und dann hänge ich wieder fest. Das ist doch nicht normal. Okay, ich gucke kurz mal eben so. Spiel ist noch da, Wunderbärchen. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Da, da, da. Ja, würdest du bitte laden? Yay, Matt Job. Okay. Jetzt ist bei mir die Verbindung zum Chat abgebrochen. Zumindest, zumindest im OBS. Auf der rechten Seite habe ich noch einen Chat offen, da geht's. Aha. Wann beginnt dieses Level unter Wasser? In einem Pool. Hinausklettern. In der Rechte, äh, in den Rechten der Gänge laufen. Wenn man um die Ecke biegt, wird man von einem Krokodil attackiert. Ja, haben wir ja die fünf Hebel. Ähm. Omega, 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 Y, Omega, Y. Na, na, na. In Kammern trägen. Dazwischen noch eine graue Plattform. So, nochmal. Links wenden, Anlauf, nächsten Pfeiler. Okay, das ist das mit den Pfeilern. Dann. Y, Omega, 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 Omega. Das ist der erste gewesen. Noch folgende Stellung bringen. Das war das mit der Feuerprüfung. Nach unten klettern. Omega, Omega, Y, Y, Omega. Das ist der Raum. Ein hoher Pfeiler mit einer Plattform drauf. Wenn die Treppe nach unten laufen. Genau, das ist das mit dem Sand. Seht, dass die Säule eingestürzt ist. Ihr müsst nun die Treppe nach oben laufen. Anstatt in die kann man zurücklaufen. Weiter nach oben. Äh, äh, dann Sprung, Sprung, Sprung hochziehen. Mit Anlauf, leicht schräg, Plattform, na, 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 na. Die Nische klettern. Aus dem Stand auf die Doppelplattform. In den Gang. Nicht zu nah kommen, sonst stößt man sich den Kopf und fällt in die Tiefe. Auf den gelben Felsen rechts klettern. In die Nische klettern. Zwei Fledermäuse, zwei Gorillas besiegen. Er erwischt manchmal einen Gang. Zwei Schrägen. über die... Marienzo sagt Hallo, Ilmanchotrans. So. Jetzt haben wir Pogotil. Ufer an der Seite klettern. Zwei Schrägen. Über die zweite rutscht man zurück ins Wasser. Man muss erst abspringen, um auf der anderen Seite zu landen. Man rutscht in die Ecke nach links. Das kleine Medipack. Ins Wasser springen und zurück nach draußen tauchen. Wo man hergekommen ist. Von der Kante des Äquidukts hängen lassen. Nach rechts hangeln, bis man über den Goodies ist. Dann loslassen. Auf der linken Seite in den Sträuchern ist er. Aber ich hab den Garten doch noch gar nicht offen. Toll, ich hab ne Lösung und da steht nicht drin, wo der Garten geöffnet wird. Das ist Mobbing. Leute, das ist doch Mobbing. Marie und so. Sagt. Gerade ist mein Laptop nach Mausklick eingefroren. Das ist doch Mobbing. Okay, warte. Ich mach das jetzt anders. Was? So. Das ist, ähm. Huch. Das ist das Level, ne? So. Kommst hier rein. Das Krokodil ist klar. Da unten war ich auch schon. Da liegt die Munition. Die hab ich ja vorhin auch mitgenommen. Ähm. Okay. Du bist da hochgehopst, um die Viecher platt zu schießen. Okay. Da liegt ein Medipack. Das hab ich auch eingesammelt. Soweit war ich ja schon mal, ne? Okay. Ja, ja. Ja, ja. Erstmal die Viecher plätten. Ist klar. Ach ja. Auf die Säule kam er einfach so hoch. Das hab ich auch eingesammelt. Guck dir diese Pro-Gamer an. Wie krass einfach diese Passagen hier abgesprungen werden. Ja, das ist dieser Typ, dieser Glitch. Dieser Kanten, äh, dieser Glitch an der Kante. Okay. Den kenn ich. Der funktioniert bei mir ganz, ganz selten. Ja, ja. Du machst das hier im Turbo. Das ist gar kein Ding. Alles gut. Hab da vielleicht zwei, drei Versuche gebraucht. Ja, ist in Ordnung. Jetzt schießt du die Viecher doch noch weg. Du bist ja lustig. Ha. Großartig. Jo, dann kam da ein neuer Gorilla. Jo, 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 jo. Soweit waren wir auch schon mal. Marie und so sagt Die Fails sind rausgeschnitten worden. Ja. Nee, ich glaube, dass da wirklich jemand so gut ist. Ähm. Ich kenn da ja auch so ein, zwei Leute, die, äh. Ich weiß zum Beispiel, einer, der macht, äh, Speedruns von Tomb Raider 2. Und Meine Fresse. Der spielt das ganze Spiel in zwei Stunden und ein bisschen was. Keine Ahnung, oder drei Stunden, ein bisschen was. Jedenfalls ohne irgendwelche, äh, äh, Glitches oder so. Der macht wirklich einen clean Speedrun und spielt das in Rekordzeit. Das ist nicht normal. So kann man's auch machen. Reinspringen, wieder zurückspringen, wenn der Affe getriggert ist. Ja, das, ähm. An sowas hätte ich auch mal denken können. Aber gut. So. Soweit war ich auch schon bis jetzt. Jetzt kommt das mit der Säule. Da wird jetzt die Dings rausgezogen. Die, 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 die Box. Ja. Damit die Säule einstürzt. Dann kommt hier diese Sprungpassage. Einmal da rüber. Gut. Den, den hab ich nicht übersprungen. Aber, ja, bis dahin bin ich auch gekommen. Dann da hoch. Ist auch klar. Okay. Der ballert jetzt da die Äffchen weg. Ist auch in Ordnung. Und die Fledermäuse. Und die Krogis, die da drin rumschwimmen. Die hatte ich ja auch. Oh. Oh, ein Krogi schwimmt da noch. Guck mal. So. Zack, zack, zack. Krogi ist weg. Das hab ich auch eingesammelt. Das hab ich nicht eingesammelt. Das hab ich eingesammelt. So, die Äffchen hab ich auch weggemacht. Dann ist da der Sprung. Den hab ich auch gemacht. Jawohl. Ein Medikit mitnehmen. Das hab ich alles eingesammelt und alle schon verbraucht. Hahaha. Hahaha. Mhm. Ah. Okay. Haben wir gesehen, wo es weiter geht? Ja? Haben wir es gesehen? Ja. Also noch mal die Tür aufmachen. Uh, das war knapp. Äh. Oben oben. Mana Bercen sagt Nö, hatte ein anderes Browserfenster offen. Kannst du es noch mal zeigen? Ja klar, ich mach das Video noch mal an. Warte, das war die Tür mit dem Das zweite oben, unten, unten, oben. Okay, also das hier oben Sagt Ja, das ist auch viel spannender und so. Hahaha. Hahaha. Boah. Boah, ist das mies. Frech. Und dann hat die Tür mir gesagt, dass es so auch viel spannender ist. Und ich das sage. Frech. Habe ich gar keine Worte mehr für. Nee. M-m. Frech. Boah. Das, 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 das vergraff ich nicht mehr. Das ist. Er weiß es. Und er weiß nicht mehr, was ich für einen Tag hatte. Und dann sowas. Ja, ich nehme hier den vorgesehenen Weg, ne. Diesen Speedrun-Weg, der, 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 hier irgendwie den, 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 einen Schritt zwischendrin überspringen. Das kriege ich wahrscheinlich nicht hin. Hört sich wahrscheinlich ab. Ah, nein. Erst laufen, dann springen. Hahaha. Das war ja jetzt toll. Bin ich emotional so deprimiert, weil Mana-Bärchen mir so einen Spruch reinhaut, dass ich gar nicht mehr in der Lage bin, zu steuern. Guck mal, ich laufe überall gegen die Wand. Also, Mana hat jetzt echt meinen Tag versaut. Geht gar nicht mehr. Hahaha. So. Marie ist wenigstens lieb. So. Danke, Marie. Danke. Und jetzt will sie sich wieder einschleimen. Siehst du das? Jetzt werden ja alle Herzchen-Emotes rausgeholt, die sie hat. Zum Einschleimen. Rech. Ist ja wohl unterste Schublade. Das geht so nicht. Das können wir hier nicht so durchgehen lassen. Ist ja unerhört. Äh. Nein. Nein. Ich hab mal ne kleine Abkürzung genommen. Ich hätt auch gleich den Spielstand laden können. War klar. War klar. Also jetzt mal ungelogen, ne? Wie kommt man denn da drauf, dass da hinten der Weg ist? Also nur noch mal fürs Protokoll, ne? Toll, jetzt, 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 jetzt rutscht die Kamera dahin, dass man den Weg sieht, ja? Jetzt, wo man die Lösung kennt, jetzt sagt das Spiel, ach guck mal, übrigens, du kannst auch da lang. Mobbing-Spiel. Genau so ein Mobbing-Spiel wie Mana-Bärchen, die jetzt versucht, sich hier einzuschleimen. Guck, was sich alles für Emotes rausholt. Guck, was sich alles für Emotes rausholt. So. Ah. Aha. Oh. Marie ist lieb. Guck, Marie ist lieb. Das ist toll. Michelle ist auch lieb. Ist auch toll. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Tschüss. Das war wohl, wenn ich. Ich bin jemandem qualify. Das muss man ja Tumbrader lassen. Musikalisch geil. Oh, Franzi, Dankeschön. Oh, und die LGBTQ-Herzchen, die du hast, sind voll toll. Was sind das für Herzchen? Wo kommen die her? Mal gucken. Mannabertchen sagt... Dieser Tannis. Mannabertchen sagt... Titi. Quatsch, wir sind doch nicht fies. Ah, und so kommt man auch hier hoch. Mannabertchen, das ist so viel Liebe. Da kannst du auch ein bisschen was abhaben. Guck mal, wie toll die hier alle sind. Siehst du, sind alle lieb. Ganz viele lieben Menschis hier. Ich wollte mir das nur noch mal in der Original-Grafik angucken. Das war alles. Natürlich. Hatte keinen anderen Grund, warum ich da jetzt gestorben bin oder so. Ich wollte da runterfallen und sterben. Ja, böse Mieze-Katze. Böse, böse Miete-Katze. Das war eine ganz, ganz... diese Mieze. So. Moment. Wo sind denn die Flatter-Männer? Hallo, Flatter-Männer. Ich höre euch doch. Haben die sich da in der Hand? The Nightheart sagt Und so wie ich dich kenne, ist es jetzt eine böse, böse, tote Mieze-Katze. Nee, ist es nicht. Ich habe nämlich die Mieze-Katze gar nicht tot gemacht. Die Mieze-Katze hat mich tot gemacht. Aber 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 Wisst ihr was? Äh Liebe Mieze-Katzen Gibt's bei der Franzi? Haha, ich mag das, wenn ich so eine Überleitung hatte. Da gibt's liebe Mieze-Katzen. Gucki und Balou. Ganz liebe Knuffeltierchen. Könnt ihr mal ein Like da... äh... ein Follow da lassen? Mhm. Mhm. Das sind ganz tolle Tierchen. Wenn man genug Kanalpunkte hat, gibt's ein Leckerli. Und da kann man gucken, wie die Mieze-Katzen Leckerli kriegen. Ist toll. Ist echt toll. Und da kann man dann auch ganz viel Marble spielen. Oder aktuell beim ETS zugucken. Beim Eurotruck-Emulator 2 ist es, ne? Und Sowieso sind ganz liebe Liebe Menschis. Merenda-V Sagt Ja! Ja, ETS 2 Siehste? Da kann man richtig schön beim Zugucken beim ETS zugucken lürken kann man richtig gut entspannen. Und ansonsten bei Marbles kann man schön mitspielen. Ist auch cool. Achso, jetzt kommt ja wieder Löwi-Löwe. Jetzt kommt wieder die gute Musik. Merenda-V Sagt Und über die Apsis lachen Ja! Und über die Apsis lachen. Die Apsis lachen. Ja, ja. Also musikalisch war Tomb Raider schon damals echt gut. Yay! So. So. Wie geht das Spiel mit dem Krokodil? Hopp. Aber ich schwimme einfach weiter. Und wenn ich jetzt hier hochgeklettert bin, so, dann mache ich jetzt erstmal die Vögel kaputt. Die nerven mich nämlich. Also Fledermäuse. Hm, und jetzt speichern wir mal. Nicht, dass ich wieder irgendwie so ein also, ne, alles wiederholen muss. Das wäre jetzt nicht so doll. Habe ich keinen Bock. Oh, was ist das? Das ist der letzte Barren. Wo kommt man denn am besten runter? Gut, das war so nicht geplant. Oh, das sind sogar zwei böse Mieze Katzen. Aber ich habe ja gespeichert. Okay. Habe ich mir vielleicht mal einen Medi-Backbundel? Gut, jetzt hätte ich das Medi-Back nicht mal gebraucht. Das ist ja großartig. Das ist ja fantastisch. Okay. Jetzt habe ich drei Barren. Die kann ich jetzt oben in den einen Raum einsetzen. Das müssen eigentlich Goldbarren sein. Aber ich glaube, die Tür zum Garten geht dann auf. Oder auch nicht. Wir versuchen es einfach. Oh, das ist super lieb von dir. Hallo, Phoebe. Danke für dein Follow. Und willkommen. So, ich habe Epsilon, Omega, 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 Epsilon. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Ups. Eigentlich müsste mein Sprachbot auch nochmal in meinem Namen was posten. Aber mein Sprachbot hat gerade kein Bock. Mein Sprachbot sollte nämlich jetzt eigentlich posten, welche Emotes du als Follow, für dein Follow bekommst. Hm. Technik. Marie und so. Sagt. Wurde auch von den Katzen gefressen. Ja. Der Bot wurde auch von den Katzen gefressen. Der hat keinen Bock mehr. Der ist jetzt einfach Out of order. So. Tür ist offen. Jenny Marni. Jenny Marni. Sagt. Sprachbord tot. Mana Verge. Nee. Sagt. Irgendwie ist unter der Eventliste bei Streamlabs keine Subs und deswegen kann mein neues Overlay nicht gehen. Grauling TT. Die Eventliste bei Streamlabs die zeigt auch immer wenn du wenn du neu lädst. Nein. 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 Sie sagt Nein. Sie sagt Nein. Nein. Also muss ich zuerst in den Garten kommen. Oh 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 oh. Und wie komme ich in den Garten? Och Menschenskinder ist nie. Tiger 6880 sagt Nudeln Karten kommen in den Garten XD. Klassiker. Ja. Klassiker. Holger Neidhardt. Sagt. Bin jetzt mit Max los. Habt noch einen schönen Abend oder falls du nachher noch da sein solltest bis später. Phoebe unterstrich Skult. Sagt. Huhu. Okay Holger. Danke für dein Luxupport. Michelle unterstrich 7b7. Und. Hallo. Bis später Holger Neidhardt. Hallo Phoebe. Willkommen. Willkommen. Noch einmal. Marie und so. Sagt. Viel Spaß Holger Neidhardt. Michelle unterstrich 7b7. Sagt. Huhu. PH bis Kult. Marie und so. Hier gab es irgendwo die Hand. Hallo PH bis Kult. Hier gab es doch irgendwo die Hand von Midas. Diese Midas Statue. PH bis Kult. Huhu. PH bis Kult. Die Himmany. Sagt. Huhu. Pih habe es Kult. Ich finde es schön, dass du auch hierher gefunden hast, Phoebe. Hm. So. Jetzt müssen wir immer noch gucken. Wo ist denn... Oh. Moment. Gebt mir einen Moment. Tiger 6880. Tiger 6880. Sagt. Huhu. PH bis Kult. Fui beunterstrichs Kult. Sagt. Musste erst mal das Konto verknüpfen, sonst kann ich nicht schreiben. Okay. Ach ja. Wir setzen mal ganz kurz an der Nummer von gestern an. Gestern Abend. Ich muss nur mal gerade... der Freundin, die gestern hier war, die Handynummer von meinem Schatzi schicken. Manabertschen. Sagt. Uelis hat die Verknüpfung drin, die hatte ich wieder rausgenommen, glaube ich, wobei du bei mir ja Motrechte hast. PH bis Kult. Ja. 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 Aber, 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 Phoebe hat's hierher gefunden. Er hat's geschafft. Und ist hier gelandet. Ach schön. So. Und Matt Job spielt für dich sogar Applaus. Yay, Matt Job. Yay. Make your plate applaus. Okay. Es ist die Frage. Phoebe unterstrich Skult. Sagt. Nee, hatte keine Handynummer verknüpft. Manabertschen. Sagt. Hello, Madio B. Matt Job ist schon die ganze Zeit hier. Von Anfang an. Äh... Madio B. Sagt. Manabertschen. Hello. Wo, 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 wo. Sagt. Haben die sehen, Jaschaim? Ich wollte noch mal gucken. Wo geht es denn hier jetzt wieder los? Die Lesefunktion? Meinst du den Sprachbot, der mitredet? Der die ganzen Chatnachrichten vorliest? Der, ähm, den hab ich eingestellt. Der ist bei mir. Ähm, wenn du möchtest, dass der Sprachbot dich nicht vorliest, dann sag mir das. Dann mach ich dich auf die Blacklist, dass er dich, äh, nicht, dass er dich ignoriert. Ansonsten ist das hier bei mir Standard. Okay, dann mach ich dich auf die Blacklist, warte, äh. Ja, ne, Blacklist. So. Erledigt. Guck nochmal, dass es genommen hat. Jo. Sieht gut aus. Jetzt kannst du was schreiben, dann liest er dich nicht mehr vor. Sollte zumindest. So. Manabertchen, sagt, glaub ich weiß, wieso Knudel. Ist alles okay. Ich hab Phoebe rausgenommen aus dem Sprachbot. Die Möglichkeit hab ich ja. Ähm. Mit dem alten Sprachbot wär das nicht gegangen, aber mit dem neuen geht das tatsächlich. Dass ich, äh, Leute auf eine Blacklist setze, dass sie nicht vorgelesen werden. Weil genau so auf dieser Blacklist, äh, stehen ja auch meine, äh, ganzen Bots und Automaten, die hier so rumtexten. Musst du nämlich vorhin auch die Soundalerts draufsetzen. Weil, ähm, die Soundalerts mit vorgelesen wurden. Und dann, äh, die Soundalerts mit vorgelesen wurden. Ja, die anderen hörst du leider noch. Ähm. Ich kann nur dich, äh, ich kann nur alles abschalten im Zweifelsfall für alle. Aber das ist bei mir eigentlich so ein Normalding. Aber ich hab ja auch eine Leserechtschreibschwäche. Und ich hab das eigentlich für mich drin, damit ich nicht lesen muss. Tatsächlich. Ich muss mal, äh, so, es, es macht mich wahnsinnig, ne? Ich muss mal ganz, ganz kurz. Ich bin gleich wieder da. Ich bin, bin gleich wieder da. Marie und so? Sagt. Twitch können zweite Tonspur? Ich bin gleich wieder da. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Da schreien die hier durch die Gegend. Ich sag ja, ich hab, äh, äh, Audiofilter drin, ne? Damit, äh, Mikrofonfilter und Unterdrückungsgedings und tralala. Damit man das nicht so mitkriegt. Dankeschön. Und ich hab so lieben Chat. Ich hab jetzt gerade gesagt, ich soll mal ein bisschen, ein bisschen chillen. Die schreien sich auch immer gegenseitig an. Die brauchen alle Hörgeräte anscheinend. Oh, furchtbar ist. Wo, 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 wo? Ich war doch vorhin... Ich war doch vorhin an einer großen Tür. Ich hatte doch vorhin schon mal so eine große Tür gesehen. War das hier? Ach so, ich kann ja auch wieder so umschalten, ne? Ähm. Gut. Ich hatte nämlich eben nebenbei mal geguckt. Ähm. Multitasking und so, ne? Wenn ich die Nummer geschickt hab und die Daten geschickt hab, die ich wegschicken sollte, hab ich das Video laufen lassen. Im kurzen Moment. Sonst laufe ich hier wirklich noch zwei Stunden im Kreis. Von einer Stunde, die ich hier noch mache oder so. Ähm. Hab ich keinen Bock drauf. Jo. Dann haben wir das nämlich auch. Bin ich schon wieder so ein ganz kleines bisschen genervt von dem ganzen Bums, der hier abgeht. Ha. Ich hab grad die Errungenschaft, das wurde aber auch Zeit bekommen. Madhio Be. Mal. Sagt. Mal. Mal. Aber Chang So, das haben wir eingesammelt. Ähm... Marie Unzo sagt, da scheint's aber ganz schön zügig zu sein. Japp. Wie das im Original ausgesehen hat. Geil. Ich mein, klar, die Hand erkennt man und dass das Füße sein sollen. Und die Musik ist großartig. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Aber ich mag das grad. Wie das. Okay. Dann. Spiel. Speichern. So. Im Original. Folgendes. Ist übrigens auch ne Errungenschaft. Werte zur goldenen Lara. Und jetzt gucken wir uns das, ähm... Remaster an. Das Gold ist aber sehr gelb geworden, oder? Na gut. Haben sie schön gemacht, aber das Gold, finde ich, ist ein bisschen zu sehr gelb geworden. Marie Unzo sagt, an dem Schaider müssen die nochmal arbeiten. Ja... Finde ich auch. So, jetzt hab ich drei Goldbarren. Jetzt kann ich wieder zurück in den Raum. Okidoki, Marie. Lass dir dein Essen schmecken und danke für deinen Lurk-Support. So. So. michelle unterstrich 7b7 sagt lass es dir schmecken marie und so jetzt ist hier die tür aufgegangen einfach so von allein kriegst du ja nicht so viel jetzt setzen wir die goldbarren hier ein nummer 2 und Nummer 3. Oh, das war's. Cool, 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 das war's. Dann können wir an der Stelle hier noch feichern. Nicht aus Versehen laden. Die Zisterne. Ja, moin, dankeschön. Kamera. Ich weiß nicht, was mit der Kamera gerade passiert ist. Nee, du sollst noch einmal ziehen. Nein. Wo geht's denn weiter? Da geht's da. Natürlich. Ich hab das natürlich instinktiv falsch gemacht. Ich hab das. So, dann einmal hier rüber. So. Oh. Aber nicht gut. Medi-Kit. Weiß nicht, was da oben ist. Oh, ich erinnere. Ich erinnere mich. Oh, ich erinnere mich. Oh. Das war das. Dahin. Dies, jenes. Alala. Okay. Okay. Das mag erledige ich die beiden. Die werden nämlich sonst sehr, sehr listig. So. So. Da ist ein Schlüssel. Und da ist ein Schlüssel. Oh. 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 Den Sprung schaffe ich doch gar nicht, oder? Ja. Habe ich mir gedacht. Du brauchst schon dann wieder hier rüber nach oben, ne? So. So, wo muss ich denn jetzt links? Da komme ich nicht hin. Da komme ich hin. Und weg ist er. Da ist eine Nische? Mit nichts? Hier sind sie aber auch durch Map Editor durch und haben einfach alles angeklickt, oder? Kann ich von der Schräge abspringen und dann da hoch? Manabert Chen sagt L.U.L. Nö. Oh, hier geht's noch nach unten. Da ist eine Ratte drin. Ich seh dich. Ich seh dich doch, du elendes Biest. Kommt da bestimmt nicht mehr raus, wenn ich da jetzt reinhopse. Ich zieh erst mal an den Hebel. Da kann ich nur eins machen. Speichern? 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 Waren die tot? Weil die da leben noch. Jetzt nicht mehr. Was ist denn das? Ich hab das gar nicht gesehen. Also den Schlüssel übersehen ist ja schwierig, ne? Im Original. WTF? Ohne diesem Ausrufezeichen hätte ich das jetzt voll verpasst. WTF? WTF? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ach, was soll's. So, ich hab'n Schlüssel und da ist ein Schloss. Ob das jetzt zusammenpasst? Keine Ahnung. Aber anscheinend passend Schlüssel und Schloss nicht zusammen. Da komm ich gar nicht hoch. Nicht zurückschwimmen, Lara. Habe ich mich erschrocken? Oh, ich bin zu schreckhaft für sowas. Blödes Vieh! Hasse dich! Ich hoffe, du bist jetzt tot. Okay, da ist ein Schloss. Ja, passt der Schlüssel anscheinend. Oh! Was? 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 Jetzt ist mich grad beinahe aufgespießt. hast der schlüssel jetzt da hinten oder oder als neues kroko und holger ist wieder da willkommen zurück da war dann einfach mal ein neues kroko michelle unterstrich 7w7 sagt wb holger neidhart oh was ist das denn holger neidhart sagt huhu an alle ich tauche kurz auf zum luft holen was habe ich denn da gefunden oh es ist gut und schlecht zugleich crazy shit ok also ich kann die ambition verstehen dass man eine moderne steuerung ins remaster einbaut und ich habe mich auf die moderne steuerung gefreut aber ich muss sagen das spiel spielt sich mit der panzersteuerung mit der originalsteuerung definitiv besser weil man einfach ganz viele stellen hat kann ich hier den hebel ziehen bitte danke lara obs schmeißt mich immer aus dem chat raus und lädt mich dann wieder ein lustig immer mal die verbindung verloren und dann wieder da michael unterstrich 7w7 sagt wb marie und so marie und so sagt bin wieder da willkommen zurück willkommen zurück marie du doofes vieh dafür habe ich noch munition blödes dreckvieh du lebst noch du lebst noch marie und so sagt angriff der killer ratten frech einfach frech einfach frech unglaublich embora die her war die g w w w wo w Wo kommen wir denn da hin? Achso, da komme ich her. Aber da war doch noch ein anderer Weg, war da? Nochmal zurück? Und neben dem Hebel war da noch was? Unter dem Hebel. Lara, hol erst mal richtig Luft. Okay. Jetzt können wir. Ah, guck, da ist ein Schlüssel. Da ist ein Schlüssel. Gut. Marie und so. Sagt. Wie die Tür einfach durch Lara geklicht ist. Mhm. No. No. Weder der silberne Schlüssel noch der goldene Schlüssel passen hier. Aber vielleicht hier drüben. Vielleicht passt ja jetzt der zweite Schlüssel, den ich gefunden habe hier vorne. Der goldene. Passte nicht. Der silberne passt vielleicht. Nicht. Ilman Chottrans. Sagt. Glitches in Tomb Raider. Klar. Ah. No. No. Gut. Dann, no. No. Ach. Uff! 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 Ohh! Manchmal ist es mir echt schleierhaft, aber okay. Lalalalalala. So. Und dann gehen wir nochmal nach oben. Puh. Jenny Marnie. Sagt. Ich verabscheide mich mal lieb von euch allen. Ich gehe jetzt nach Hause. Hab starke Unterleibschmerzen. Es war aber sehr schön zuzusehen bis morgen. Habt einen schönen Abend und schlaft später alle gut. Jenny. Komm gut nach Hause. Erhol dich gut und hab ne gute Nacht. Bye bye. Holger Neidhardt. Holger Neidhardt. Holger Neidhardt. Sagt. Reinkarnation von Michael Jackson. Also das Geräusch ist sehr verwandt. Marie Unzo. Sagt. Gute Besserung Jenny Marnie. Gute Besserung und gute Besserung und gute Besserung und gute Besserung. Holger Neidhardt. Sagt. Jenny Marnie. Gute Besserung. Fühl dich geknultet. Bitte wenn es recht ist. Ist das schön. Ach das ist... Das ist toll. Ich hab so'n lieben Chat. Ich find's immer noch gut. Das ist die größte Freude. Sagt. So ich mache auch aus jetzt. Ich hab nen komplettes Overlay Makeover hinter und noch vor mir. Okay Marnabärchen. Vielen Dank, dass du da warst. Gute Nacht. Wir schreiben uns ja nochmal. Marie Unzo. Sagt. Marnabärchen. Michelle unterstrich 7b7. Sagt. Gute Nacht Marnabärchen bis später. Marnabärchen. Sagt. Habt noch viel Spaß ihr alle und schlaft nackö alle gut ihr süßes. Zwitzwiss. Ilmantjotrans. Sagt. Gute Nacht Marnabärchen. Holger Neidhardt. Sagt. Marnabärchen. Ich hab zwar keine Ahnung, was du da vor dir hast, aber fühl dich geknuddelt und gedrückt bis morsche früh. Na ja, so ein Layout zu basteln, ein Overlay zu basteln, das ist schon, wenn man es komplett selbst bastelt, ist es schwierig. Dann, äh, ist es... Nein, ich bin falsch gesprungen. Stressiger Kacktyp. Geh weg jetzt. Habe, brüttel dich. Du tötest mich noch, ich sag's dir. Es ist, äh, nicht gut. Jetzt geh endlich. Hast du nichts Besseres zu tun, jetzt geh endlich diesbauen. Sagt. Ich dachte, sie muss Schminke abmachen oder irgendeine Hautcreme oder so. Ilmantjotrans. Sagt. Kacktyp ist das binäre Gegenteil zu einer Kaktus. Ja, ich weiß. Kaktusse. Nein. Die Mehrzahl von Kaktus ist Kakteen. Nee, nee. Ich hab schon dich gemeint. Ja. Klassiker. Wisst ihr was? Ich speichere viel zu wenig. Ilmantjotrans. Sagt. Kakten meint doch junge Kaktypen und Kaktussen. Marie und so. Sagt. Dachte die Mehrzahl von Kaktusseigewächshaus. Auweia. Nee. So nicht, Freunde. So nicht. Die Mehrzahl von Kaktus ist Gewächshaus. Oh. Okay. Nee. Nach vorne. Nach vorne. Dahin. Wir haben also den Clown gefrühstückt. Ja? So geht's auch nicht. Okay. Ich dachte, ich kann mich dann direkt unten drunter festhalten. Ich sollte vielleicht nochmal speichern, wenn ich oben stehe, oder? Dann muss ich die Springerei nicht nochmal machen. Ah. Also hier so quasi. Quasi Modo. So an der Stelle speichern. So an der Stelle speichern. Hm. Wie komme ich denn da rein? So nicht. Nee. Und mit dich auch nicht? Oh Gott, Jenny. Das ist total lieb. Danke schön. Ich möchte nicht da hin. Ich will da rein. Aber mehr ist, dass ich mir tausendmal ins Genick briche. Hier kriege ich es ist. Vielleicht. Wenn ich von hier aus so ein bisschen schräg rüberspringe. Auch nicht. Ich ignoriere das jetzt gerade mal einen Moment. Da unten ist schon wieder eine Kettensäge unterwegs. Ach, ein Krogi. Ein Krogi-Deal ist es. Oh, zwei Krogi-Deal. Bist du jetzt tot? Nein, bist du nicht. Ach. Sag mal. Ich schwöre, ein Horrorspiel bringt mich um. Ich hatte ja auch auf meinem YouTube-Kanal angefangen mit, äh, Evil Within. Und habe dann eine Pause gemacht, weil ich immer im Kreis gelaufen bin und irgendwie der Gegner nicht kam. Der große Boss-Gegner quasi. Der erste. Und der wenn man da so ein bisschen austricksen muss. Und dann habe ich, ähm, nochmal eine Aufnahme gemacht und hab auch nochmal ein Stückchen weiter vorne angefangen. Und hatte genau das gleiche Problem und hab festgestellt, dass mein Spiel irgendwie einen Bug hat. Und ich diesen Bug nicht behoben habe, kriege, und der immer wieder ausgelöst wird. Das heißt für mich, das Spiel ist in der Version nicht spielbar. Juuu Okay, jetzt ist da unten eine Plattform. Das heißt, wenn ich von hier aus Sprung nach vorne mache, sollte ich da drauf kommen. Wäre ich wahrscheinlich auch irgendwie anders drauf gekommen, aber wer weiß, was soll's. Und hier ist ein Schalter. Fies. Marie und Zo sagt, die Geräusche hören sich so an, als würden hier irgendwo Kilaras lauern. So, ich glaube, wenn ich jetzt hier hochklette, komme ich dann nochmal zurück in diesen anderen Raum. Falsche Taste. Großartig. Versuchen wir's nochmal. Killer, Raras. Wahnsinn ist, wenn man das gleiche tut und ein anderes Ergebnis erwartet. So, dann einmal hier hoch. Ähm. Hier wieder rüber. Marie und Zo sagt, warum muss ich da immer an die FDP denken? Wie kommst du denn jetzt auf die FDP? Jetzt muss ich mal gucken, ob... Jetzt hab ich den Spielstand geladen. Eine Doofnuss hat ein Spielstand geladen. Nananana. Ich wollte eigentlich genau hier wieder zurück. Und wollte probieren, ob ich da irgendwie reinkomme. Gut. Bis auf den Hebel ziehen habe ich da oben ja auch nicht viel geschafft, ne? Hm. Marie und Zo sagt, technisch gesehen bist du ja wieder da. So dotze ich oben an die Wand. Okay, jetzt mach ich. Ich stehe wieder hier. Ein Schritt. Hopp. Cool. Aber diesmal habe ich den Sprung geschafft. Gleich beim ersten Versuch. First Try. Cool, oder? Genau mein Humor. Oh! Oh. ach das waren sogar drei das waren ja sogar drei für die ratte brauche ich jetzt keine magnum oder vielleicht doch gut kui 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 oh dann geht es hier nach links dieser super geräusch kulisse oh Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass ich mich da unten aufpikse. Ist besser gegangen, als ich dachte. Puh. Jo, hier komme ich jetzt nirgendwo dran, ne? Da muss ich hier unten durch. So, das war das, das war das. Schlüssel, habe ich nur einen goldenen Schlüssel? Gut. Für den Sprung hat es genau nicht gereicht. Da war ich ja auch schon drin. Jetzt bin ich ja schon überall gewesen, glaube ich. Ein anderer Durchgang ist hier nicht. Marie und so, sagt, nettes Schwimmbad. Jaja, denke ich auch. Hm. 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 Gab's hier noch irgendwas? Da war auch nur der Hebel und die Tauchstation. Dann kann ich hier einmal drunter gehen und dann... War hier nur der eine Durchgang hier? Der hat mich ja wieder in die große Halle vorne geführt. Ah... Okay, ich glaube, Marie und so, glaube, das reicht auch für heute. Ich glaube, hier mache ich den Cut. Huch, mein Untertitel ist ja hier auch wieder da. Den hatte ich irgendwie allgemein draus. Michelle unterstrich 7b7 sagt... Ja, ich muss aber auch noch... Also, mein Schatzi geht ja immer so gegen... Kurz vor 10 noch zur Nachbarin rüber. Marie und so, sagt... Danke für den tollen Stream. Bitteschön, danke, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Und ich mache ja morgen weiter. Dann war ich heute diese Woche jeden Tag live um. Gottes Willen, yay! Ach ja, mein T-Shirt übrigens, ne? Stay strange! So, wir machen mal... Ladisen. Ah! Musik? Michelle unterstrich 7b7 sagt... Danke für den wundervollen Stream. Gute Nacht, ihr Lieben, bis später. Tiger 6880 sagt... Wünsche euch gute Nacht. Ilman Chotrans sagt... Danke für den nostalgischen Stream. Gute Nacht. Vielen, vielen Dank an euch alle fürs Dabeisein. Fürs Mitbilder... Sagt... Michelle 7b7 denkt nicht dran, dass dieser Stream endet, sondern freu dich auf den nächsten Stream. Genau. Holger Neidhardt sagt... Gute Nacht an alle, schlaft später gut und träumt süß. Und der nächste Stream ist ja schon morgen, 16 Uhr und dann geht's weiter mit Tomb Raider. Und dann machen wir da weiter, wo wir heute aufgehört haben. Ganz simple Sache. Also den ersten Teil spielen wir schon noch durch. Sagt... Gute Nacht. Gute Nacht, Franzi. Gute Nacht, Michelle. Gute Nacht, Holger. Gute Nacht, Ilman Chot. Gute Nacht, Tiger. Gute Nacht, Marie. Benni ist ja vorhin schon gegangen. Mana Bärchen ist vorhin schon gegangen. So... Bibi, wenn du noch da bist, gute Nacht. Matjob, if you're there already... Sleep well. Ähm... See you tomorrow. M-m-m-m-m. Okay. Dann würde ich sagen... Ciao. Gute Nacht euch allen. Schlaft gut. Und bis morgen. Dann wieder mit Tomb Raider. Ah, Michelle. Ja. Dankeschön. Gute Nacht, Tiger. Gute Nacht, Tiger. Tiger tinha я인inizait. Tiger 6880. Sagt... Nachti. Tiger 6880. Vielen Dank.